Hallo, ich bin der Vince Schwarzbauer. Ich habe gerade das Buch Meander bei der Edition Moderne herausgebracht. Ich mache außerdem kleine Comic-Hefte zum Thema Tischtennis, erhältlich in der Kabinett-Comic-Passage in Wien. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker! Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 139 eurer Comic-Cookies, euren Comic-Podcast, der oft guten Laune. Mal schauen, in welche Richtung wir heute tendieren. Es ist eine ganz besondere Ausgabe mit einem ganz besonderen Reveal am Ende dieser Ausgabe. Ihr müsst also bis ganz zum Schluss hören oder hinspringen, um rauszubekommen, was wir für euch veröffentlichen. Also welches große Reveal, was heißt das deutsche Wort von Reveal? Ankündigung. Haben wir halt am Ende. Neujahrsankündigung. Die Neujahrsankündigung bei den Comic-Cookies, genau. Ihr habt ihn schon gehört, wir haben ihn auch schon aufgehört, wir freuen uns sehr, dass er da ist. Hallo Andi. Danke. Ebenso mit in der Runde der unverwechselbare Breedstorm. Jumbo Buana. Und last but not least, the one and only Patrick. Hallo. Ich bin der andere Andi und ich habe die große Freude, heute durch die Sendung zu führen und möchte gleich die Gelegenheit nutzen, mal ein bisschen Werbung zu machen für eine Veranstaltung, die ich bereits bei der letzten Ausgabe beworben hatte. Die Rede ist vom zweiten Establishing Shot der Initiative Comic in Bayern. Das ist eine Art Konferenz, könnte man sagen, die wird in München stattfinden. Am 20.01. von 10 bis 18 Uhr könnt ihr dort insgesamt quasi vier Vorträge, beziehungsweise dann nehmen wir es mal Panels, weil es sind keine klassischen Vorträge, zu ganz schön geilen Comic-Themen hören. Es wird gehen um die Frage, wie man mit Comics noch Geld verdienen kann, welche Chancen die Comics-Szene im Allgemeinen noch hat. Dann wird es einen Dialog geben zwischen VerlagsvertreterInnen und einem Künstler. Also quasi so ein bisschen wie Zusammenarbeit zwischen Verlag und KünstlerInnen aussehen kann. Und zu guter Letzt die Frage auch, ob Journalismus im Comic funktionieren kann. Also nicht Journalismus über Comic, sondern Comic-Reportagen und andere Dinge. Dazu haben wir erlesene Gäste in München. Unter anderem ist mit dabei der Dr. Alexander Jakubowski, der ist recht bekannt, weil er so ziemlich alles an Comicsachen macht, die man sich im ARD so angucken kann und beim Hessischen Rundfunk und so. Dann haben wir Steffen Volkmar mit dabei, der Benjamin von Eckertsberg ist am Start. Lara auch aus Berlin, die Festivalleiterin der Comic-Invasion. Katharina Netto-Litzki, selbst Comic-Künstlerin, wird da sein. Und auch eine Miriam Cavalli, die ist ebenfalls Künstlerin, ist auch mit am Start. Und zur Krönung des Ganzen gibt es nicht nur kostenfreies Mittag. Nein, ich moderiere den ganzen Spaß auch noch. Nachdem ich am Anfang irgendwie alle begrüßt habe, werde ich am Ende noch eine Abschlussrunde moderieren, wo Vertreter in der Comic-Szene zusammen mit mir da vorne sitzen, vor dem Publikum und wir unterhalten uns über Dinge. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr Bock habt, dass ihr da am 20.01. vorbeikommt. Wenn ihr die weiteren Details wissen wollt, dann schaut gerne mal auf der Website von Comic-In-Bayern vorbei. Denn es wird auch um eine Anmeldung gebeten, dass Mittag ist, wie gesagt, inkludiert. Alles steuerfinanziert, habe ich gehört. Reuspa, Reuspa. Und ihr müsst euch einfach nur anmelden, wenn ihr da seid und Bock habt. Kommt rum. Falls ihr es nicht schafft und trotzdem Bock auf die Veranstaltung habt, dann habt ihr Glück gehabt. Denn man kann sich das Ganze nachträglich, dann aber halt ohne Mittagessen, auch auf YouTube anschauen. Es wird aufgezeichnet, kommt dann da online auf dem YouTube-Kanal der Initiative Comic-In-Bayern und dann könnt ihr euch auch nachträglich noch anhören, was wir da so in München veranstaltet haben werden. Ich freue mich auf ganz viele tolle Leute, die sie schon angekündigt haben. Es passen auch nur 97 Menschen in diesen Veranstaltungsraum, der einen voll schwierigen Namen trägt. Denn das ganze Ding ist die Mona Kenzia im Hildebrandhaus in München. Weißt du Bescheid? Das dazu, mal so ein bisschen Event-Werbung. Ich freue mich mega drauf. Wir haben schon viel Arbeit investiert und es wird auch nicht weniger, aber es macht mega Spaß und deswegen mache ich es. Geile Sache. Dann ist es bei den Comic-Cookies halt eben auch so, dass wir Comics besprechen. Das werden wir auch in dieser Ausgabe tun. Und ich möchte auch einfach mal den lieben Andi bitten, was hast du dort vorbereitet und was geht es heute bei dir? Also mein erstes Thema wird die Manga-Reihe Dead Dead Demons DDDD Destruction von Inyo Asano. Und mein zweites Thema wird ein kleines Max-Hiller-Zeder-Special, hauptsächlich der Comic-Sachbuch auf und ab psychische Krisen ausbremsen. Mega. Breedstorm, wie sieht es bei dir aus? Ich habe zwei Alben dabei. Einmal Frank 1 von Splitter und dann habe ich Bran von Carlsen Comics. Bran ist bestimmt irgendwas mit Game of Thrones, bin ich mir sicher. Patrick, was hast du am Start? Ich habe auch ein Album dabei. Die Freunde von Spirou Band 1. Und Superman, ein Held für das ganze Jahr von Jeff Löb und Tim Sale. Mega. Bei mir gibt es We Have Demons, erschienen beim Splitter-Verlag von Snyder und Capullo. Außerdem werde ich berichten, wie mir die Weltraumpolizistin Oma Gurke gefallen hat, erschienen beim Kiebitz-Verlag, Geschichte ist von Patrick Wirbeleit und gezeichnet von Stefan Lomp. Und dann gibt es ja noch die Cookies Code Authority und da haben wir uns in dieser Ausgabe dafür entschieden, dass wir über Fungirl sprechen wollen von Elisabeth Pich. Da ist es in dem Fall irgendwann demnächst soweit, dass die deutsche Ausgabe erschienen wird. Wir hatten die englische vorab und werden uns drüber unterhalten, wie gut oder schlecht oder wie auch immer wir das fanden. Bevor ich weiter Quatsch erzähle, werde ich jetzt einfach mal gekonnt den Ball an den Andi abspielen und dich um deine erste Besprechung bitten. Also wie gesagt, ich stelle eine ganze Manga-Reihe vor, die jetzt im vergangenen Dezember ihren Abschluss gefunden hat in der deutschen Veröffentlichung. Dead, Dead, Demons, Dead, Dead, Destruction von Inyo Asano und natürlich einer Gruppe von Assistentinnen, die da mitgearbeitet haben, wie man das bei Manga-Reihen so kennt. Wie gesagt, der letzte Band, der zwölfte Band, ist jetzt gerade im Dezember 23 in Deutschland erschienen. Die deutsche Veröffentlichung ist 2016 losgegangen. Also es hat einige Jahre gedauert, bis die zwölf Bände alle vorlagen. In Japan ist das bei Shogaku-Kan erschienen zwischen 2014 und 2022. Kleine Info noch vorneweg. Dieses Jahr soll ein Anime-Zweiteiler kommen, der die Reihe adaptiert. Ich hatte mir irgendwie so im Hinterkopf, dass ich das vielleicht auch schon mal vorgestellt habe. In meiner Aufzeichnung habe ich es aber nicht gefunden. Also habe ich es vielleicht noch nicht vorgestellt. Aber ich dachte mir, jetzt wo die Reihe mal zu Ende ist, gerade bei so längeren Reihen stellt man ja ab und zu mal irgendwie so den ersten Band vor oder die ersten paar Bände. Und das ist jetzt so für mich so die erste Manga-Reihe, die ich so von Veröffentlichung an quasi mitverfolgt habe und eben komplett gelesen habe. Da nehme ich das eben zur Gelegenheit, die jetzt mal komplett vorzustellen, weil ich eben wirklich großer Fan der Reihe bin und großer Fan der Zeichnungen vor allem von Inyo Asano. Also Letter Demon's Deadly Destruction war die erste Genre-Arbeit von Inyo Asano in der Science-Fiction-Geschichte. Das Szenario ist folgendermaßen. Spielt in Tokio drei Jahre vor der eigentlichen Geschichte tauchte plötzlich ein riesiges außerirdisches Raumschiff über Tokio auf und seitdem ist es da. Also es gab einen Angriff aus dem All, es gab Kämpfe. Das Ganze wurde dann erst dadurch beendet, dass die USA eine Antombombe abgeworfen haben. Dementsprechend gibt es auch verseuchte Orte in Tokio, verseuchte Gegenden und seitdem hängt da dieses riesige Mutterraumschiff. Kann sich das so ein bisschen wie ein Independence Day vorstellen. Und ab und zu kommen dann eben auch so kleinere Raumschiffe. Da gibt es dann so Scharmützel mit dem Militär, aber an sich ist es da einfach. Und die Protagonistinnen sind SchülerInnen so im Gymnasialalter, die auf die japanische Highschool gehen, die also jetzt schon eine Weile quasi mit dieser Situation so leben. Und generell die Welt Japan, Tokio lebt also mit der Situation, dass da dieses Alienraumschiff ist. Ab und zu gibt es kleinere Scharmützel, aber so richtig passiert auch nichts. Aber das ist da halt. Und ja, dementsprechend ist gerade so diese jüngere Generation in so einer Situation, dass sie nicht so ganz wissen, was bedeutet das jetzt auch so für unsere Zukunft? Sollen wir uns jetzt überhaupt eigentlich so der japanischen Mentalität des strebsamen Arbeitertums irgendwie auch hingeben? Hat das überhaupt alles einen Zweck, wie uns das so vorgelebt wurde von den vorangegangenen Generationen oder sollten wir unser Leben irgendwie auch anders leben? Und das Ganze geht am Anfang so ein bisschen los wie mehr so eine Studie eben über diese junge Generation anhand dieser SchülerInnen vor diesem Hintergrund, dass da eben eine Alien-Invasion irgendwie stattgefunden hat, auch wenn die nicht erfolgreich war, aber eben so, ja, Reste davon zu sehen sind. Im Laufe der Zeit, im Laufe der Reihe kommen dann aber doch noch stärkere Science-Fiction-Elemente dann auch wirklich mit rein. Also es gibt dann auch Kontakt mit Aliens. Es gibt Zeitreisen, die dann auch auftauchen. Der Figurenkader erweitert sich. Es gibt so Verschwörungstheorien. Es gibt dann Gruppierungen, die quasi, ja, so Frieden wünschen und so ein Zusammenleben mit den Aliens. Dann gibt es Gruppierungen, die die Aliens rüten wollen und solche Konflikte sind dann da irgendwie alle so mitverhandelt und da geraten eben so die Protagonistinnen und ihre Freundinnen und Freunde so irgendwie auch so mit rein und teilweise eben auch in verschiedene Lager. Diese zwölf Bände erzählen dann quasi, also so über einen längeren Zeitraum hinweg, die Geschichte dieser Figuren, die Beziehungen untereinander und dieses Leben in dieser Situation und eben auch, wie sie eben immer tiefer in diese ganze Situation und Thematik mit reingezogen werden, eben auch durch eigene Kontakte eben zu einerseits zu Gruppierungen oder auch zu Außerirdischen und eben Zeitkreiselemente oder sowas auch immer mit rein. Also ich war tatsächlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt überrascht, wie stark so die großen Science-Fiction-Konzepte dann doch da auch noch mit reingekommen sind, weil das für mich am Anfang gar nicht so sehr danach ausgesehen hat. Am Anfang wirkt das eben wirklich so ein bisschen, ja, es ist so eine, ja, so ein bisschen so eine Studie über junge Menschen, nur eben mit diesem leichten Genre-Touch im Hintergrund, dass da dieses Schiff über der Stadt hängt. Aber wie gesagt, es weitet sich dann alles noch weiter aus und wird das große Science-Fiction. Und ja, hat mich also wie gesagt über die Jahre wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Ich bin schon ein bisschen hingefiebert auf den letzten Wand und es ist immer ein bisschen schwierig so, wenn ich für echte Manga lese, sind zwölf Bände jetzt nicht so wahnsinnig viel. Für mich war es jetzt trotzdem eine längere Reihe und auch eine längere Reise so ein paar Jahre, ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man so den letzten Band hat, dann so mit so einem frischen Eindruck irgendwie den so abschließend zu beurteilen. Eigentlich muss man nochmal schon nicht komplett lesen, aber ich war auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ende. Das ist eine Reihe, die ich wirklich sehr stark empfehlen kann. Wie gesagt, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ich mag den Zeichenstil extrem gerne. Asano zeichnet ganz tolle Figuren, finde ich. Er hat einen interessanten Stil in dem Sinne, dass er sehr, sehr stark auch mit bearbeiteten Fotografien für die Hintergründe arbeitet, sie aber so stark auch bearbeitet, dass es in vielen Fällen auch nicht wirklich stark auffällt. Also die Figuren und die Hintergründe fügen sich sehr, sehr gut zusammen. Das sticht jetzt nicht so wahnsinnig heraus, aber es gibt eine Folge von Noki Uwosawas Fernsehreihe Manban. Wer die Reihe nicht kennt, das Rezept ist so, dass ein Mangaka bei der Arbeit besucht wird. Also die statten so das komplette Studio mit einem Haufen Kameras aus, filmen dort die Prozesse über ein paar Tage hinweg, dann wird das Ganze zusammengeschnitten auf eine anschaubare Länge und dann setzen sich Uwosawa und der jeweilige Mangaka zusammen, schauen sich das an, was da gefilmt wurde und rechen über den Prozess. Das ist super interessant. Und da gibt es eben auch eine Folge mit Inyo Asano, wo dann eben auch zu sehen ist, wie er dann mit der Kamera rumgeht und dann irgendwie so einen Deckel vom Kaffeebecher irgendwie fotografiert und daraus wird dann irgendwie ein Raumschiff oder weil das Kamerateam da ist, haben die natürlich auch Haufen elektronisches Equipment mit dabei und dann fängt er an, deren Equipment zu fotografieren und das kann man dann eben auch in den Comics dann tatsächlich wiederfinden, wo das dann irgendwie so eben als andere Sachen dann irgendwie mit weiter verarbeitet ist. Aber wie gesagt, beim Lesen selber fällt es nicht irgendwie auf, dass die Figuren und die Hintergründe, also dass das eine quasi direkt gezeichnet ist und das andere überzeichnete Fotografie ist. Ja, ganz tolle Sache, wer es noch nicht gelesen hat und auch für Menschen, die vielleicht ein bisschen, wie ich ja auch, vor so richtig langen Mangereien manchmal ein bisschen Respekt haben. Zwölf Bände, das ist noch okay, das kann man nicht bringen. Also, bei Tokio Pop erschienen, Der Demon's Dead Destruction, jetzt passt dabei. Ja, krass. Ich habe natürlich auch gerade mal auf der Tokio Pop Seite geschaut. Es gibt auch eine Leseprobe zum ersten Band immerhin und der Abschlussband, der ist ja auch wirklich erst vor kurzem erschienen. November oder was steht hier da? Ja, Dezember. Dezember, okay. Also relativ frisch noch in Deutschland. Ähm, du hättest es schon mal auch auf Deutsch gelesen. Hast du das im Abo gehabt oder immer im Laden geholt oder aus der Bibliothek? Wo hat so das her? Ich habe es nur in meinem Laden dann gekauft, wenn der neue Band erschienen ist. Also ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht genau, einfach glaube ich in die Hand genommen irgendwie mal, weil es mal da war. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es wirklich als der erste Band erschienen war, also wirklich frisch mit dem ersten Band angefangen zu lesen. Und bin dann über die Jahre eben dabei geblieben und habe einfach immer im Laden dann gekauft, wenn der neue Band rauskam. Dir steht auch als Altersempfehlung 15 Plus, irgendwo hatte ich auch was von expliziten Inhalten gesehen, ist da mit Gewalt gemeint? Oh, sehr gute Frage, explizite Inhalte. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das irgendwo steht. Also es gibt vereinzelt, also ich habe alle Bände vor ein paar Monaten, weil ich wusste, dass der letzte Band rauskam, habe ich alle Bände nicht am Stück gelesen, so innerhalb einer Woche oder so, die elf Bände, die da waren und dann eben den letzten Band. Von daher ist es eigentlich noch nicht so lange her, dass ich alles gelesen habe. Ich hätte mich jetzt nicht an besonders explizite Dinge irgendwie erinnert, aber es gibt Momente mit Sex, wobei ich nicht glaube, dass die sehr explizit waren und es gibt tatsächlich auch so ein paar, ja, Ökungen, aber ja, also mir jetzt nicht besonders explizit in Erinnerung geblieben, aber vielleicht ist das auch einfach in der Fülle der Seiten, weil es eben nicht so wahnsinnig oft vorkommt, auch einfach nicht hängen geblieben. Also wenn, dann sind es wirklich einzelne Momente. Sehr gut. Ja, also ich fand vor allem Leseprobe wunderschön. Ich weiß nicht, hat irgendwer in der Runde hier das auch gelesen? Kurze Frage? Ich werde auf jeden Fall heranlesen. Mir sagt das Artwork ziemlich zu. Man sieht, wenn man googelt, schon diese leicht verzerrten Gesichter, dass ich mich frage, wieso das so lange an mir vorbeigegangen ist. Weil eigentlich so diese Mischung aus kindlichem, naiven, das dann auf übles Science-Fiction trifft oder auf Horror, ist eigentlich absolut meins. Ganz spannend, Injun Asano hat jetzt mittlerweile auch seine Nachfolgereihe in Japan angefangen. In Japan ist jetzt mittlerweile der erste Sammelband erschienen, aber außerhalb in Japan noch nicht. Ich habe online so die ersten Kapitel gelesen. Die Reihe heißt Mujina Into the Deep. Ist auch wieder eine Science-Fiction-Geschichte. Und da ist er noch einen Schritt weiter gegangen. Da macht er für die Hintergründe keine Fotos mehr, sondern er hat mit der Unreal 5 Videospiel-Engine sich die Kulissen gebaut. Und zumindest am Anfang auch die Figuren innerhalb dieser Kulissen dann eben auch wie so Zeichenpuppen, quasi so arrangiert und posiert und dann entsprechend aber per Hand dann auch drüber gezeichnet. Da gibt es auch ganz interessante Videos. Also, ja, ist ein ganz spannender Typ, finde ich. Wie kommt eigentlich der Titel zustande? Der ist ja auch eine, ich glaube, Alliteration, sagen die Experten. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bin ich auch nicht so ganz dahinter gekommen. Also, im letzten Band gibt es mal irgendwie so einen Moment, wo es darum geht, dass man den einen Namen der einen Figur im Japanischen auch wie Demon schreiben kann oder so. Das ist manchmal so eine Sache, wenn dann eben mit den Schriftzeichen im Japanischen irgendwelche Doppeldeutigkeiten oder so mit dabei sind, die sich dann nicht so richtig gut mit übersetzen lassen. Ich weiß, ich habe auch gesehen, dass so die Maschinengewehrschüsse so als Soundword quasi auch immer DDDD drin haben. Aber ja, so eine eindeutige Erklärung habe ich jetzt nicht. Um mal noch zur letzten Frage aufzukommen und vielleicht auch einen Vorteil zu bedienen. Hier in der Leseprobe sehe ich schon eine Menge so einfach Kids, meinetwegen noch Teenager. Sind das so Themen, so Coming-of-Age-Themen, die da auch mit drin sind? Ist vielleicht die komplette Geschichte als eine Fabel auf, eine Parabel heißt es, glaube ich, auf Erwachsenwerden zu interpretieren? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Protagonistinnen sind eben alle in der Schule, in der Highschool. Da geht es dann schon eben auch wirklich so um Freundschaft um Beziehungsthemen, das Verhältnis zu Erwachsenen, zu den eigenen Eltern, zu diesem Vorfall der Invasion, wo natürlich auch ein Haufen Menschen gestorben sind, teilweise eben auch Eltern gestorben sind. Das sind hauptsächlich Mädchen, die dort als Protagonistinnen eben auftreten. Es ist dann auch noch eine genderqueere Person mit dabei. Aber es ist schon dieses Jungsein in dieser veränderten Welt. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, also wir sind zumindest, glaube ich, alle noch so in dem Alter, so dieses, wie wenn man quasi so zu 9-11 irgendwie klein gewesen wäre und dann plötzlich eben erwachsen wird in einer Welt, die sich komplett verändert hat und mit so einer ständigen Bedrohung irgendwie lebt und in so einem riesen einschneidenden Ereignis wie so einem Angriff und dann eben Falle von Dead Dead Demons eben halt auch immer diese visuellen Repräsentation, dass halt egal, wo man in der Stadt ist, halt immer dieses riesige Raumschiff da drüber hängt. Und das ist da halt einfach und das trägt den Alltag. Und genau in dieser Welt erwachsen zu werden, das ist schon mit Thema in der Geschichte. Sehr schön. Breedstorm, mir geht es um Action und ich denke, dass ich das thematisch auch ansprechen könnte. Würdest du mal reinschauen? Ja, aber mich erschrecken diese vielen Bände dann doch auch so ein bisschen ab. Sind zwölf Manga-Bände echt viel? Jetzt mal ehrlich, das geht doch ins Watz. Für mich ja, weil die kaufen, lagern, nee, nee. Bestehe. Dann springen wir doch gleich zu dir weiter. Was ist dein erster Comic für heute? Mein erster Comic ist Frank 1. Frank geschrieben wie Frank, nur ohne A und mit CK. Denn es stammt tatsächlich von dem Namen Frank, der hier 13 Jahre alt ist und noch mit A geschrieben wird. Er ist ein Waisenkind. Und wie den meisten Waisenkindern in der Literatur geht es ihnen im Waisenhaus nicht besonders gut. Er findet aber heraus, dass seine Eltern tatsächlich eventuell noch leben können. Und er läuft aus dem bösen Waisenhaus heraus. Er kommt dabei in einen Vergnügungspark. Und in diesem Vergnügungspark ist das Thema so ein bisschen Steinzeit, Jurassic Park, so in der Richtung. Und er wird verfolgt und springt ins Wasser auf der Flucht vor ein paar Jägern, die hinter ihm her sind. Und als er aufwacht, ist er plötzlich tatsächlich in der Steinzeit. Und die Steinzeit ist natürlich ein bisschen anders, als wir uns das wissenschaftlich vorstellen. Denn hier existieren quasi Höhlenmenschen und Dinosaurier in einer Welt. Jetzt kommt uns das Ganze so ein bisschen bekannt vor. Es gibt ja sehr, sehr viele Literaturvorlagen, zum Beispiel Warlord of Mars oder sowas, wo jemand plötzlich in einer anderen Welt ist. Hier ist das Ganze aber ganz klar für eine jüngere Zielgruppe gestellt. Deswegen habe ich das Ganze auch bei uns in der Bücherei gefunden. Die sind Comic-mäßig eigentlich nicht schlecht sortiert, aber primär halt für Jüngere. Und da haben sie wohl die ganze Reihe sich jetzt wohl geholt. Die Reihe hat 2021 angefangen und umfasst mittlerweile sechs Bände. In dieser Steinzeit ist es dann Frank, der auf einen Stamm trifft bei ganz, ganz vielen Verfolgungsjagden, ganz, ganz vielen Abenteuern. Und da erklärt sich auch der Name Frank, weil die Vokale sind einfach noch nicht erfunden. Und alles was, die haben halt ihre eigene Sprache, aber die Sprache besteht daraus, dass die Vokale halt komplett in der Sprache fehlen. Und man sieht das auf manchen T-Shirts. Da ist das auch sehr schön gemacht. Und die reden den ganzen Tag so. Und das ist das, was mir richtig hart auf die Eier geht. Also ich kann so Dialekte oder irgendwelche Späßchen da mit der Sprache oder sowas in Comics kann ich, wo ich erst dechiffrieren muss und denken, ja, was ist das jetzt, was ist das jetzt, das kann ich überhaupt nicht leiden. Also das ist mein größter Kritikpunkt wirklich an dem Comics. Mag Leute sein, geben, die das lustig finden. Es kommt ja immer mal wieder vor, dass solche Sprachwitzeleien da eingebaut werden, aber als Konzept für eine ganze Serie finde ich es ein bisschen viel. Und das Schmähl hat ein bisschen den guten Eindruck, weil die Zeichnungen sind sehr nett. Die sind so, wo ich denken würde, ja, das ist genau, was dem Stefan Liebschner, äh, Steffen Liebschner gefällt. Und was bei Darnie Books erscheinen wurde. Und tatsächlich ist das Ganze auch von Jano Rohleder übersetzt worden. Also den hat er wahrscheinlich auch auf den Zettel gehabt, das so ein bisschen so cartoonig ist, so ein bisschen niedlich und so sehen die Figuren halt da auch durchweg aus. Es gibt viel Action, viel Abenteuer, wo ich glaube, dass das einer jüngeren Zielgruppe sehr gut gefallen könnte. Also ein Tick mehr, als wir es zum Beispiel bei Spirou erleben, aber halt auf einem wirklich guten Niveau. und ich finde die Zeichnungen von Brice Cossu und auch die, die ganze Idee von Olivier Bouquet ist sehr gut gelungen. Ich werde da auf jeden Fall weiter dranbleiben, weil es steht sowieso bei mir in der Bücherei. Und ja, vielleicht gefällt es ja irgendjemanden. Der siebte Band ist auch schon angekündigt, erscheint ja hier bei Thunfisch, dem Imprint von Splitter, wo ich bis heute nicht genau weiß, was eigentlich genau das Profil von diesem Imprint ist. Wie sieht es eigentlich aus? Du hast jetzt den ersten Band gelesen von den sechs, richtig? Oder schon mehr? Ja, der zweite war leider ausgeliehen, deswegen musste ich pausieren. Weil das ist ja auch wieder so ein Cover, als nächstes Cover sage ich schon, so ein Album. Wie viele Seiten hat das Ding? Ein paar und 60 wahrscheinlich. 56 steht hier online. 56. Bei PPM. Was ist denn, was würdest du meinen, so die empfohlene Altersgruppe? Frank ist ja 13. Ist das auch so die Zielgruppe, würdest du das denken? Nö, schon eher ein bisschen jünger. Also da stimmt 9, 10 oder so kann man da. Das ist im Prinzip die Original-Zielgruppe, die Spyro mal bedient hat, beim Ersterscheiden, das wird das richtige Alter sein. Die aktuelle Spyro-Leserschaft ist ja wahrscheinlich dann wahrscheinlich 40, 50, vielleicht sogar schon 60. Und das ist ein ein jugendliches Abenteuer-Comic, so. Auf dem Cover vorne drauf sehen wir noch zwei, ja dann wahrscheinlich, Uhrzeitmenschen. Und gerade der eine davon, der erinnert mich noch stark, gerade von den Haaren her, halt eine sehr junge Version vom Disney-Tazan. Hat das so ein bisschen Tazan-Vibes? Nee, eigentlich nicht. Also Tazan ist ja ganz klar der Weiße, der in den Dschungel gekommen ist und den Schwarzen jetzt so ungefähr zeigt, wie das zu gehen hat. Also eine sehr koloniale Vorstellung. Und hier geht es halt tatsächlich einfach nur um Höhlenmenschen. Also das, die befinden sich auch auf dem Boden und natürlich gibt es mal Action in der Luft, auf den Bäumen oder so, aber mit Tazan würde ich das, würde ich das nicht vergleichen. Ich habe mir auch mal erlaubt, bei anderen Sachen reinzuschauen, die der Zeichner gemacht hat. Und da gibt es unter anderem die Legende der Drachenritter 12. Das ist erschienen auch bei Splitter. Ist schon dasselbe Lineart, aber ein bisschen, also weniger flach koloriert. Man sieht halt doch durchaus, das ist mehr einfach, ja keine Ahnung, Schatten halt einfach und mehr Lichtspielereien. Der hat auch noch was gemacht namens die Kriege von Aran. Da kann ich jetzt hier leider keine Leseprobe aufrufen. Deswegen da auch kein Vergleich, aber es sieht alles ganz nett aus. Patrick, der Breedsom hat gemeint, das wäre was für die Lesendenschaft von Spiru, für dieselbe Zielgruppe. Das wisst ja dann quasi du. Willst du mal reinschauen? Ich sollte mir langsam mal einen Bibliothekenausweis zulegen, dann würde ich auch reinschauen. Absolut. Ich bin hier der Einzige, der ohne Bibliothekenausweis rumrennt. Du hast so viel Geld, du musst alles neu kaufen. Nee, 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 ich merke langsam auch, ich sollte mal mich so ein bisschen da anpassen und nicht die Bude vollstellen komplett. Aber zum Ausleihen wäre es mal bestimmt einen Blick wert. Auch wenn ich jetzt bestimmt nicht die junge Zielgruppe von Spiru bin, sondern jetzt eher die Spiru-Hommagen. Liesst du also? Ich bin jetzt mittlerweile schon fast weg von dem Publikum. Also mal abwarten, was der Leseandruck bei mir geben würde. Ja, das ist was mit sieben Bänden, 56 Seiten. Andi, du hast eben gerade zwölf Seiten Manga vorgestellt und ich frage mich ernsthaft, was ich schneller gelesen hätte. Zwölf Bände Manga mit halt dann deutlich mehr Seiten. Wäre das was für dich, würdest du mal reinschauen in den Abenteuer-Comic-Frink. Die, ich gehe echt nochmal kurz zurück zu gehen. Also es ist zwar mehr Seiten, dafür sind die Seiten bei dem franco-belgischen Format größer mit mehr Panels und mehr Sprechblasen. Also wahrscheinlich geht es ungefähr aufs Gleiche raus sogar. Also ich habe jetzt gerade mal kurz in die Leseprobe reingeschaut. Das sieht eigentlich so ähnlich, wie es Bridgestone beschrieben hat, genau nach so der Art von Comic aus, die ich in der Grundschule dann so gelesen habe, als eben die ganzen franco-belgischen Alben von Phil Carlsen so zu meinem Standardprogramm gehört haben. Abenteuer-Comic für junge Jungs. Also ich glaube, es spricht mich heute nicht so mehr an im jetzigen Alter. Da müsste ich dann doch nochmal ein bisschen mehr davon sehen, dass bei diesem kurzen reinblicken jetzt hat, ist mich jetzt nicht sofort so angesprochen, dass ich da das große Bedürfnis hätte, das zu lesen. Aber ich denke auf jeden Fall nach einer basigen Angelegenheit für eine junge Leseninschaft. Ja, mega. Vielen Dank, Patrick. Du bist dran. Dein Moment ist gekommen. Bist du aufgeregt? Immer. Immer. Ja, wenn wir dann schon bei Spiru sind, dann sollte ich direkt weitermachen mit Spiru, würde ich sagen. Deswegen gibt es jetzt von mir den ersten Band, die Freunde von Spiru. Band 1, ein Freund von Spiru ist offen und ehrlich. Ich erwähne diesen Titel jetzt, weil das quasi so der erste Leitsatz ist von diesem Spiru-Kodex. Es gibt neun Sätze in diesem Kodex. Also man könnte fast davon ausgehen, dass das eventuell neun Bände werden. Mal abwarten. Auf jeden Fall, es geht hier drum, dass das Spiru-Magazin um die Jahre 1939 bis, keine Ahnung wann, quasi verboten wurde. Und eine kleine Gruppe Jugendlicher hat sich jetzt aufgemacht und hat dann das Magazin die Freunde von Spiru gegründet, basierend auf den Ehrenkodex, den das Spiru-Magazin damals hatte. Damit veröffentlichen sie ihr Magazin, um auch so ein bisschen Widerstand zu bieten, weil Belgien ist gerade von den Deutschen besetzt und den wollen sie damit auf eine nette spielerische Art so ein bisschen von Karren scheißen oder wie könnte ich das netter sagen, da wollen sie so ein bisschen erkennlichen Widerstand bieten. Aber es eskaliert und dieser Mitbegründer des Magazins, man sieht ihn immer wieder in Rückblenden, erzählt, dass es dann zu einem tragischen Vorfall kam und wie das Ganze dann passiert, wird hier aufgedröselt. Es ist in diesem Band kein Spiru, es ist ähnlich wie bei seinem Name war Spiru, den ich hier auch mal vorgestellt habe, dass so der Geist des Spiru-Comics angefangen wurde. Es gibt einen Charakter, der erinnert sehr an Spiru und die Namen von Spiru von den Comics, die sind hier auch auf diese Truppe ein bisschen verteilt. Es basiert auf einer wahren Geschichte, die wohl so wirklich passiert ist, wahrscheinlich mit so ein paar Freiheiten. Aber es ist wirklich so ein Comic, wo ich dachte, wenn da jetzt noch der Preis billiger wäre, das wäre der Breedstorming-Breedstorm-Comic überhaupt, weil es ist Spiru, es sind Nazis und es hat einen ernsten Hintergrund. Ich wollte ja schon immer mal mich da so richtig reinarbeiten. Das erzähle ich immer wieder und es kann sein, dass ich das bei einer der ersten Spiru-Besprechungen auch schon mal erzählt habe. Aber ich habe so einen Pitch im Hintergrund, den ich eigentlich immer mal Karlsen pitchen wollte. Liebe Leute, ihr braucht ganz dringend einen Spiru-Podcast. So einen, wo wir Stück für Stück alles durchgehen, was wir zu Spiru wissen können. Und das sind ja nicht nur die Comics, das sind ja eben auch die Artists dahinter, die Entstehungsgeschichte, die popkulturellen Auswirkungen. Das ist ja ein riesen Ding und wenn wir damit fertig sind, machen wir halt keine Ahnung weiter mit Clever und Smart und was nicht alles eben gibt. Aber gerade Spiru wäre doch ein tolles Projekt, um einzusteigen. Ich weiß aber nicht so genau, ob man hier jetzt in diesem konkreten Fall die Freunde von Spiru 1, lieber Patrick, nicht einfach Spiru vorne drauf schreibt und meinetwegen den Spirit einfängt, aber eigentlich überhaupt nichts, also überhaupt nichts mit Spiru zu tun. Könnte man sich ja als Fan so ein bisschen, weiß nicht, veräppelt fühlen? Das könntest du dann bei vielen Spiru Hommage spenden, weil ab und zu gibt's da auch Bände, da steht Spiru drauf und dann siehst du Spiru nicht. Natürlich könnte man sich da verarscht vorkommen. Bei an sich fand ich die Geschichte über die Jugendlichen, die einfach etwas naiv ein bisschen Paroli bieten wollen und dann richtig übel mit der Realität des Krieges konfrontiert werden. Das hat mich so angenehm überrascht, dass ich dann Spiru doch nicht so sehr vermisst habe, aber natürlich kannst du dir da verarscht vorkommen. Bei dieser Geschichte finde ich universell und ja, es macht Spaß und man hat hier auch immer wieder so kleine Cartoon-Strips von den Freunden von Spiru Magazin, wo ich mir dann eher verarscht vorkam, dass man am Schluss im Anhang dann Namen geschwärzt hat, weil man die Geschichte, die ja so passiert ist, nicht spoilern wollte. Dachte ich, ja schön, dann gehe ich eben mal googeln, was da noch so passiert. Also im Prinzip macht der Band ein Geheimnis daraus, was passiert, obwohl man es googeln könnte. So leicht ungeschickt vermarktet, aber an sich mochte ich dann die Truppe doch. Ich finde es komisch, dass es auf neun Bände ausgelegt ist. Ja, mal sehen, ob das neun Bände hergibt und wie sich das gestreckt anfühlen wird. Und ein bisschen hat es am Anfang auch verwirrt mit den zwei Handlungssträngen, also dass dann der Schöpfer des Freunde von Spiru Magazins mit jemandem redet, der Jean Doysi, der wohl nach dem Krieg dann auch ein Magazin dazu veröffentlicht hat. Also ja, es ist mal wieder eine interessante Geschichtsaufbereitung. Hier wird empfohlen, ab acht Jahren, vielleicht wäre das auch was, um Kindern mal so ein bisschen die Thematik näher zu bringen, weil das sonst sehr, sehr übel mit den ganzen Kriegsnebenwirkungen gebranntmarkt wird. Hier ist es eine Spur leichter. Also es ist nicht harmlos, aber es ist eine Spur harmloser. Und durch die cartoonige Optik eben ein bisschen abgemildert. Und es ist auch im Stil von Emil Bravo so ein bisschen. Also wer den mochte, könnte sich hier auch ein bisschen wohlfühlen. Und das ist jetzt ein aktuellerer Band gewesen, richtig? Das ist der aktuellste Band. War ein Weihnachtsgeschenk, das ich zusammen mit die Bravo Brothers bekommen habe. Also irgendwie eben macht dieser Spiru-Cast-Running-Gag mittlerweile auch bei mir vom Weihnachtsbaum keinen Halt mehr. Verstehe. Ja. Lieber Breedstorm, auf eine Skala von mir scheißegal bis hinzu kaufe ich mir jetzt, wie wahrscheinlich ist, dass du dir das Ding mal gibst? Ja, irgendwann mal. Ich sehe schon den Ansatz, aber es ist halt sehr kartonig, wie auch die Abenteuer des Jungs Spiru. Und ich mag es eher klassisch in dem Fall. Aber reingucken werde ich auf jeden Fall mal. Wenn ich jetzt Andi fragen würde, ob er da Bock drauf hat, dann weiß ich genau, was er sagen würde. Dann würde er dasselbe sagen, wie bei all den letzten zehn Spiru-Besprechungen. Würde er sagen, ja, ich habe zu Spiru jetzt schon länger auch eigentlich nichts mehr gelesen, aber ich finde es schon schön und vielleicht mal irgendwann. Dann im besten Fall könnte er noch was sagen zur Optik, wenn er die Leseprobe gesehen hat und würde dann den Breedstorm bestätigen, wie kartonig das doch ist. Kann das sein, dass ich da gerade vollkommen recht hatte, Andi? Ich bin mir quasi schon vorbereitet zu sagen, ich verweise auf jede andere Folge, in der wir das Büro besprochen haben und sage, jetzt mehr dazu. Also von daher, ja, Nagel und Kopf und so. Ich habe jetzt die Leseprobe nicht gesehen, ich habe nur das Cover gesehen. Also ich mag ja kartoniges Stil, deswegen hat mich das jetzt zumindest nicht abgeschreckt. Den Emil Bravo-Vergleich, als Patrick das gesagt hat, dachte ich mir, ja, das stimmt, ich hatte auch ein bisschen an Volker Reiche gedacht, der Stritz gezeichnet hat. Da hatte ich so auf dem Cover zumindest das eine oder andere Gesicht kam mir da auch so ein bisschen in dem Stil daher. Wunderbar, dann bin ich wohl an der Reihe und ich möchte sprechen, erstmal möchte ich sagen, was ich heute nicht besprechen werde, weil ich es später besprechen muss, ich habe es einfach nicht geschafft. Hier redet es von einer Neuerscheinung, die gleichzeitig ein Klassiker ist, weil sie nämlich die Gesamtausgabe von Mord Cinder darstellt. Das ist eine extrem hübsche Reihe, die ursprünglich mal in Comicform erschien, jetzt gebündelt und schön neu eingesehen und halt in geil beim Avant Verlag erscheint und da habe ich richtig Bock drauf. Das habe ich ausschließlich bestellt, weil mir die Artworks so gut gefallen. Ich habe es aber noch nicht geschafft, das ganze Ding zu beenden. Das wäre nämlich der Comic, den ich halt im Rahmen dieser Reihe Andi liest, Dinge, die ich schon immer hätte lesen sollen, besprechen möchte. Glücklicherweise habe ich Kinder und ich versuche, die seit geraumer Zeit mit Comics zu infizieren und habe das hier hoffentlich geschafft, denn es gab einen Comic, von dem wollten sie wieder, also sie wollten einfach, dass ich den durch bis zu Ende lese. Die Rede ist von Weltraumpolizistin Oma Gurke, Geschichte von Patrick Wirbeleit, Idee und Zeichnung von Stefan Lomp und erschien beim Kiebitz Verlag, ein Verlag, den ich mit wirklich jedem Buch, das ich von denen lese, mehr und mehr zu schätzen weiß. Ja, es geht um Oma Gurke. Oma Gurke ist eigentlich eine Dame, die in einem Altenheim wohnt und da so ein bisschen relativ tristen Alltag lebt. Sie wird plötzlich weggebeamt. Wohin wird sie gebeamt? Sie wird weggebeamt auf eine Space Station. Dort, das ist die, der intergalaktische Handelsposten Helga Centauri. Dort wiederum verfolgt gerade ein Weltraumpolizist einen Schurken und dieser Schurke, der flieht quasi vor den Weltraumpolizisten, indem er den Polizisten wegbeamt. Aber genau genommen beamt er ihn nicht weg, irgendwo und nirgendwo, nein, er lässt ihn Plätze tauschen mit Oma Gurke. Unser Weltraumpolizist, der eigentlich ein Roboter ist, also jetzt plötzlich im Altenheim und Oma Gurke ist jetzt auf dieser Space Station und das ist noch so ein bisschen der Kniff. Sie ist plötzlich in der Uniform von dem Weltraumpolizisten, die aber eigentlich so eine Art Iron Man Anzug ist und sie total geil und schnell und krass und stark und strahlend schießenmäßig macht und der Polizist merkt, dass er eigentlich ein ganz alter Roboter ist, der ohne seinen Anzug wirklich nur ein armer, klappriger, alter Roboter ist, dessen Speicher auch alle paar Zyklen gelöscht werden muss und der kann sich eigentlich auch an nichts großartig erinnern. Und dann kommt eins zum anderen, es gibt ein bisschen Action, ein bisschen Verfolgungsjagden, ein Bösewicht muss gefangen werden und irgendwann stellt sich die Frage, wo unser Bösewicht eigentlich zu finden ist. Parallel dazu ist immer wieder dieser Rückblick ins Altenheim, denn unser Weltraumpolizist, der lernt verschiedene Menschen in diesem Altenheim kennen, unter anderem so einen echt total sympathischen Opi, mit dem er sich unterhält, der es auch nicht schräg findet, dass er ein Roboter ist, weil unser Opi nämlich gerade seine Brille sucht und deswegen kann der nicht so gut gucken und deswegen reagiert der gar nicht so richtig, dass das jetzt ein Roboter ist. Und das ist eine wirklich nette, kleine Geschichte, die insgesamt auf, Trommelwirbel, 84 Seiten daherkommt, kurzweilig ist, Spaß macht, schön ist, wunderschön ist, bunt ist, die auch ein bisschen Science-Fiction mit reinbringt, wirklich netten, aber nicht zu stressigen Anteil an Action auch parat hält. Ich weiß gar nicht genau, wie die Altersempfehlung ist, aber die wird so 678 sein, würde ich schätzen. Und das Ding hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte es vorab digital zur Verfügung gestellt bekommen und möchte mich dafür bedanken. Meine Kinder haben sich sehr gefreut. Das ist auf jeden Fall eine weitere Empfehlung aus dem Hause Kiebitz. Wir hatten hier auch vor einiger Zeit ja auch schon vorgestellt, diesen Trypnotropf, den wir ganz geil fanden. Generell, Patrick Wirbeleit muss man auch nicht weiter vorstellen, der hat die Kistebände gemacht, da ist er berühmt vor für, ich habe den ersten Band zumindest gelesen von Haus Nummer 8, den gibt es auch und viele weitere Sachen. Der Stefan Lomp hat Dinge gemacht, die ich jetzt nicht so richtig zuordnen kann. Irgendwas mit, nennt sich Fang und Kaya und Flo und der kleine Bagger, das habe ich mir eigentlich schon mal irgendwo gehört. Aber ansonsten kann ich mit dem Stefan nicht so viel anfangen. Dieser Comic inspiriert mich dazu, ein bisschen mehr zu lesen. Kurzschul schmerzlos, Action und Science Fiction was ganz Schöneres geben. Jo, Patrick, das ist auf jeden Fall was, das kannst du auch zum Einschlafen lesen. Hast du Bock? Da gibt es keinen Stress, da gibt es keinen Stress, da gehst du nicht mit Albträumen ins Bett. Ich habe am Anfang mit dieser Körper-Switch-Geschichte gedacht, das klingt wie der Anfang von The Marvels und dann kamst du mit, aber der Mann fühlt sich richtig alt und dann, ach so, ja, sieht aber echt nett aus. Also als Kind hätte mir das richtig gut gefallen. Als Anschlafhilfe wäre das mal eine Alternative zu Schlefatz, dass ich sonst immer zum Anschlafen laufen lasse. Ja, sehr gut. Ist halt ein schönes, schönes Ding einfach. Wenn man so Kinder dazu kriegt, würde mich nicht wundern, wenn das zum Gratis-Comic-Buchtag in der Kinderversion dieses Jahr als Exemplar mal, äh, Probeexemplar mitkommt. Ist leider kein Pokémon drin, Breedstorm. Wer hat Pokémon drin, wüsste ich, dass das bei dir zu Hause bestimmt gut ankäme. Ich glaube, ich muss die Runde jetzt nicht abklappern, ob ihr da Bock drauf hättet. Vermutlich ist hier bereits alles zugesagt. Und somit sind wir jetzt wieder ganz vorne dran. Lieber Andi, was ist dein zweiter Comic für heute? Also ich habe ja schon gesagt, so ein kleines, ähm, Max-Hiller-Zeder-Special, wobei ich mich auf einen Comic konzentrieren werde, aber der Max hat uns letztes Jahr zu mir, ich sag mal, das Paket geschnürt mit, ähm, ein paar Bänden zur, zur Ansicht und zur Rezension. Poison Paradise war dabei, den hat der Andi ja schon mal vorgestellt, ähm, in einer entsprechenden Folge, braucht es schon eine Weile her, der ist schon 2021 auch erschienen und der war mit dabei und dann noch ein kleines Büchlein, was ist denn das eigentlich, ADHS, ähm, den die Lea-Hiller-Zeder illustriert hat, ein, geschrieben von Hannah Schmidt-Pott, eben ein, ein Büchlein über ADHS mit Erklärung und, und allem drum und dran, und wunderschön illustriert, ist auch ganz toll, ähm, ähm, aber der Comic Schrägstrich Sachbuch, den ich eigentlich vorstellen will, heißt Auf und Ab Psychische Krisen Ausbremsen, ähm, ist geschrieben von Johanna Selge, und eben illustriert von Max Hiller-Zeder, ist bei O-Gräfe erschienen, ähm, man merkt schon, ist ein klassischer Homic-Verlag, ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht intensiv mit dem Verlagsprogramm beschäftigt, aber ich denke, der kommt mehr so aus der, aus der Sachbuch-Ecke. Letztes Jahr erschienen, 2023 und ist im vorderen Teil Comic und im hinteren Teil, ähm, ein ausführliches Glossar mit vielen Erklärungen und da gehe ich dann gleich auch noch drauf ein. Der Comic-Teil, es geht, wie der Name schon sagt, um psychische Krisen, der Protagonist, äh, ein Schüler namens Noah, also im Teenager-Alter, der, ja, sich mit, mit schwierigen Phasen rumklärt, plagt, 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 rumplagt. Ähm, dem geht es nicht so gut manchmal, der, gibt, verschiedene Sorgen und verschiedene Schwierigkeiten mit, mit Mitschülern, mit Mädchen, mit der Familie und weiß nicht so richtig, mh, wie er damit umgehen soll, wie er mit sich umgehen soll, der vergräbt sich oder versteckt sich in, in seinem dunklen Zimmer, geht nicht gerne raus, ähm, und, das ist so, das, das Thema, wie geht man da vielleicht mit um als Mensch oder auch als Angehöriger, wenn es jemandem so psychisch nicht gut geht, was, woran kann das liegen, was kann das sein und was muss man damit dann eben vielleicht auch, der Comic selber, jetzt gucke ich mal kurz, der geht bis Seite 77, ähm, und der Band an sich hat nach 120 Seiten, wie gesagt, der, das hintere Drittel, ähm, ist dann eben der, der Glossar-Anteil, den hat dann wieder Lea Hiller-Zeder auch illustriert, ähm, und da geht es dann eben um all diese Punkte, ähm, was kann da überhaupt los sein, was sind so Begrifflichkeiten, was steckt da dahinter, was gibt es für Methoden, damit umzugehen, in dem Comic selbst, da ist so die, die Katze von, von Noah, von der Familie, führt so durch die Geschichte, ähm, gibt eben am Anfang auch schon ein paar Erklärungen ab und, ähm, ist es im Laufe der Geschichte, ähm, kommen eben so verschiedene Slugworte vor, die sind dann auch immer farblich abgesetzt, ähm, in den Sprechblasen, da gibt es dann zum Beispiel, das so, oder da gibt es dann verschiedene Satze, wie wäre es mit einer kleinen Entspannungsübung, eine Entspannungsübung ist dann anders gesetzt und das ist dann immer ein Hinweis darauf, dass das ein Begriff ist, der dann hinten eben im Glossar dann auch, äh, behandelt wird, das heißt, da sind dann so Begriffe, ähm, wie, äh, Bedürfnisse, belastende Gedanken, Depression, Emotionsregulation, Hilfe, innerer Kritiker, Leitsätze, psychische Erkrankung, die werden dann immer so auf ein bis zwei Seiten behandelt, diese Begriffe, sehr, sehr ausführlich und eben auch ein bisschen mit, mit illustriert. Zu diesem hinteren Teil lese ich mal kurz vor, was in dem Buch, ähm, vorne als Erklärung quasi mit steht. Da steht, das psychologische Glossar im zweiten Teil der Graphic Novel wurde verfasst von MitarbeiterInnen des Deutschen Zentrums für Präventionsforschung und Psychische Gesundheit Würzburg unter Mitwirkung von Dr. Tobias Mühling und eben illustriert von Lea Hilder-Zeder. Das heißt, dieser hintere Teil ist also auch wirklich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen von Menschen verfasst, die sich damit auskennen. Also das hat dann eben wirklich dahingehend Sachbuchcharakter, aber eben in einer Aufmacht, die es leicht zugänglich macht durch die Sprache und auch durch die Illustration. Diese, da steht auch immer dabei bei jedem einzelnen Artikel, wer den verfasst hat, wobei dann, ich glaube, Johanna Selge, die den König eben auch geschrieben hat, quasi nochmal drüber gegangen ist und das so ein bisschen in eine einheitliche Form gebracht hat, dass da das stilistisch jetzt nicht mehr komplett unterschiedlich ist. Es ist ein bisschen eine Mischform, wie gesagt. Also es wird kein Buch, das man sich zwingend wegen des Comics kauft. Der Comic ist auch von der Uhr her ein bisschen anders. Es gibt dann so einen Punkt in der Geschichte, wo es drei Portgänge gibt, so ein bisschen wie so ein Choose-Your-Own-Adventure. entscheiden sie, wie es nun weitergehen soll und dann gibt es Fortgang 1, Fortgang 2 und Fortgang 3 und die werden dann eben nacheinander auf jeweils ein paar Seiten dann eben auch so durchgespielt. Wie ist es, wenn Noahs Freundinnen ihm weiterhelfen? Wie ist es, wenn Noah erst mal der Schule fern bleibt, bis Gras über die Sache gewachsen ist? Und im Dritten, wie ist es, wenn Tante Sibylle ihre Freundin da irgendwie dazu holt, weil die sich auskennt? Und ja, diese drei Szenarien werden dann so ein bisschen durchgespielt, aber es gibt in dem Sinne jetzt keine echte Lösung oder keinen echten Abschluss der Geschichte. Es gibt jetzt nicht irgendwie so das Happy End. Noah geht es gut und er ist glücklich verheiratet und sind Enkelkinder oder so, sondern es werden eben so diese Ansätze so ein bisschen vorgestellt und dann kann man eben in diesem Glossar weiterlesen. Was ein bisschen, also ich habe die halt einfach der Reihe nach dann durchgelesen, die drei Fortgänge, was so diesen Choose Your Own Adventure Aspekt ein bisschen mindert ist, dass bei Fortgang 1, 2 und 3, also diese Seite, wo dann eben steht Fortgang 1 wäre das und das Fortgang 2 wäre das, Fortgang 3 wäre das, sind keine Seitenzahlen dabei. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt bei Fortgang 3 weitermachen, dann muss ich erst blättern, 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 bis dann Fortgang 3 irgendwie kommt. Ich kann nicht zu einer Seite hinblättern, weil mir die Seitenzahlen nicht gesagt wird. Aber deswegen kann man die auch einfach am Stück durchlesen. Es ist eigentlich eh, ich wüsste nicht, warum man jetzt nur einen dieser drei Fortgänge lesen sollte. Ja, im klassischen Max-Hiller-Ceder-Stil gezeichnet, wenn man den schon mal gesehen hat. Er hat dann so einen sehr leicht frakeligen Strich mit schönen, flüchten Farben, gefällt mir sehr, sehr gut. So ein deutscher Indie-Zeichner halt, mal so zu sagen. War jetzt der erste Hiller-Ceder-Comic, den ich gelesen habe und dann eben den Poison Paradise, den habe ich dann auch noch gelesen. Zeichnerisch finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist jetzt eben was, wenn man sich mehr so mit dem Sachthema quasi auseinandersetzen will oder wenn man vielleicht auch selber junge Menschen zu Hause hat, die sich so ein bisschen mit so Hubertätsproblemen oder so leicht depressiven Phasen oder irgendwie sowas plagen, dass man da zum einen selber reinschauen kann, zum anderen ist vielleicht auch dem jungen Menschen in die Hand drücken kann. Ich denke, das ist eine gute Sache. Also der Einstieg ist da sehr, sehr flürzt durch diesen Comic und dann hat man hinten eben auch so diese Sachtexte, die einem da bei der Thematik weiterhelfen können. Vielleicht auch zum Einsatz in Schulen oder in irgendwelchen Einrichtungen geeignet. Also das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr die Zielgruppe als jetzt so das klassische Comicladen-Publikum. Aber es ist eine coole Sache. Also kann ich empfehlen, wenn man wie gesagt eben einfach irgendwie irgendwie an dem Thema mal mal so ein bisschen dran ist. Ja, diese, nehmen wir es denn, Sachcomics letztlich, die sind, finde ich, echt ein ganz schön unterschätztes Thema. Wir haben das zuletzt häufiger, habe ich das bemerkt, also wenn wir beispielsweise diesen Comic rausfischen möchten, die der Breedstorm mir zuletzt vorgestellt hatte, über Multiple Sklerose, inwiefern sind Comics eigentlich geeignet, unter Umständen schwierige Themen, nennen wir es mal, zu präsentieren und damit das Thema vielleicht auch einer neuen, einer neuen Lesendenschaft näher zu bringen. Und erreicht man, dass das da jetzt Comic-Fans, die mit dem Thema nichts zu tun hatten, sich plötzlich für das Thema interessieren? Oder ist es eher so, dass Leute, die halt aus irgendwelchen, auch meinetwegen persönlichen Gründen, eine Verbindung zum eigentlichen Thema haben, dass die dann halt auch mal einen Comic lesen und kaufen? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann an der Stelle und da würde mich tatsächlich mal Erfahrungen interessieren, die jetzt Verlage und so gemacht haben. Hast du viel Neues gelernt in diesem Comic, Andi? Also, der Comic selbst ist jetzt wahrscheinlich nicht so der, das, was so richtig das Wissen vermittelt. Das ist dann doch eher eben dieser Glossaranteil hintendran. Ich habe jetzt nicht jede einzelne Seite davon gelesen, gebe ich ganz ehrlich zu, es ist dann doch viel Text. Aber ich möchte es gerne noch lesen. Ich glaube schon, dass da sehr, sehr viele interessante Sachen mit dabei sind und das ist dann der Teil, der dann auch wirklich Wissen mit vermittelt. Also da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass da ganz, ganz viel drinsteht, was ich noch nicht weiß und was mir vielleicht auch selber irgendwie noch ein bisschen, ja, was an die Hand geben kann, so für mein Leben. Das, was das, so die Frage mit Sachcomic und kommen Comicmenschen zum Sachbuch, kommen Sachbuchmenschen zum Comic, ich vermute ein bisschen, dass da der Überbrung nicht so wahnsinnig groß ist. Was ich gerade jetzt bei dem Comic einfach wirklich gut finde, ich habe häufig den Eindruck bei so Sachcomics, die dann eben auch nicht bei Comicverlagen erschienen sind, sondern eben bei anderen Verlagen. Also von meinem persönlichen Empfinden her finde ich die Grafische häufig nicht besonders interessant. Die sehen in meinem Geschmack häufig so aus, als wäre da halt jemand, der eigentlich keine Comics macht, aber halt irgendwie in der Grafikagentur irgendwie was macht und dann kommt da halt, kommt da ein Buchverlag und will was mit Bildern und dann wird da irgendwas zusammengestöpselt und hier ist halt, das hat halt jemand gemacht, der Comics zeichnet. Deswegen ist der Comic-Teil hier für mich auch wirklich ein guter Comic-Shirt. Das sieht halt wirklich nach Comic aus, wo ich bei anderen Sachbuchern eben häufig den Eindruck habe, da kommt der Comic-Leser in mir dann irgendwie nicht so richtig rein, der ist da ein bisschen enttäuscht von der Illustration. Mhm. Das ist, glaube ich, ein relativ interessantes und zum Beispiel auch in Japan, soweit ich weiß, nicht ganz unbekanntes Thema, dieses Menschen, gerade junge Menschen, die so ein bisschen von der Welt und dem, was in ihr passiert, überfordert sind, möchte ich jetzt mal provokativ sagen, dass die sich zurückziehen und quasi in ihr Zimmer einschließen. Da gab es vor nicht allzu langer Zeit auch mal einen Film. Der war auch eine deutsche Produktion. Ah, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das ist schon, ist schon irgendwie, also ich finde das interessant und kann das so nachvollziehen. Ich finde generell auch toll, wie der Max sich thematisch mit so, mit sowas überhaupt befasst. Ich meine, Ängste war ja im gewissen Rahmen auch bei Poison Paradise ein Thema und er schafft es durchaus, da Protagonistinnen zu zeigen und dass ich mich halt auf jeden Fall in die hineinversetzen kann beziehungsweise die verstehen kann. Ich finde die glaubhaft irgendwie auch und das finde ich ganz großartig. Ist ihm das hier auch wieder gelungen, dass du das Gefühl hast, okay, was ich hier lese, das kann wirklich so sein, ja, ich kann diese Ängste nachvollziehen? Ja, also die Figuren wirken auf jeden Fall realistisch, die Situationen wirken realistisch entweder so aus persönlicher Erfahrung oder aus dem Beziehung halt so weiß, also das, ja, ich verstehe, was du meinst und kann das auch absolut bestätigen und nachvollziehen. Also das ist auf jeden Fall ja, authentisch würde ich sagen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern Max vielleicht auch einfach selber mit der Thematik ihn entweder persönlicher oder auch in Secondhand Beziehung zu tun hat. Bei diesem ADHS-Büchlein, das ich auch schon erwähnt habe, das eben Lea Hiller-Zeder illustriert hat, ist zum Beispiel ganz interessant. Da steht eben, ich weiß nicht, ob es innen steht oder außen, egal, jedenfalls Lea Hiller-Zeder hatte selbst 2021 ADHS-Diagnose. Von daher, die ist halt wirklich nah an dem Thema auch dran bei diesem Buch und kann da also auch aus persönlicher Erfahrung was dazu sagen. Also nicht nur als Illustratorin tätig an dem Buch, sondern ich denke auch inhaltlich. Ja, also von daher, ich glaube, entweder Max einfach auch eigene Jugenderfahrungen oder vielleicht auch irgendwie so herifär noch irgendwas damit verarbeiten können. Also auf jeden Fall solltet ihr euch nicht entgehen lassen, der Lea mal auf Social Media zu folgen. Da kriegt ihr mal so einen Eindruck davon, was die so für, sag ich mal, Impulse in die Welt rausgibt. Das ist immer ganz spannend, was da so kommt. Das sind ohne Satzzeichen Zusammenhänge in Dingen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Aber es ist zumindest irgendwie unterhaltsam. Deswegen folge ich ihr. Deswegen mal ein Tipp. Folgt ihr auf Social Media. Alles ganz toll. Und die ist auch geil, wenn die da was bestellt bei ihrem Shop. Die haben gerade irgendwie Winterpause gemacht, glaube ich, als ich da mal irgendwas, keine Ahnung, was bestellt hatte. Da gab es dann Sticker dazu und noch eine Postkarte und so. Also da lassen die sich echt nichts vormachen. Das ist schon wirklich sehr kundenorientiert, möchte ich meinen. Ja, also ich habe das ja nicht bestellt in dem Sinne. Also ich habe nicht bezahlt. Also Max hat uns eine Verwirrung gestellt, aber ich tatsächlich auch so, wie du es gerade beschrieben hast. Also wie ein normales Shop-Paket, wunderschön verpackt und Postkarte mit sogar noch selber Gruß draufgeschrieben irgendwie und Sticker und so. Also die machen das tatsächlich sehr, sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr kundenorientiert. Ja, auf und ab scannst du doch bestimmt auch ein paar Breedstorm. Würdest du mal reinschauen wollen in diesen Comic? Ja, heller Zeder geht dir eigentlich immer, klar. Geht eigentlich immer, gell? Ich vermute mal bei dir, Patrick, sieht das auch nicht anders aus. Vor allem, weil das Thema auch interessant ist, dass mal für den Mainstream ein bisschen zugänglicher gemacht werden sollte. So gerade das ist wirklich sowas, wo man sagt, wieso wird sowas gemacht? Ja, damit auch die Leute sich verstanden fühlen, damit der Mainstream da mal so ein bisschen mit dem Thema in Berührung kommt und dieser Bonus-Teil mit dem quasi Lexikon dazu. Ja, also Bildungsauftrag komplett erfüllt und so unterhält dann auch noch. Fantastisch. Ja dann, lieber Breedstorm, wie sieht's aus mit deinem zweiten Comic für heute? Ja, wieder eine Reihe eigentlich. Zwar hab ich mitgebracht Bran von Carlson Comics und ihr hattet ja schon die Assoziation Game of Thrones. Könnte man auch haben, weil auf dem Cover sieht man ja einen jungen Gesicht, wo jede Menge Federn da so drüber sind und es könnte durchaus auch eine Illustration von Game of Thrones geben. Da gab's ja auch diese mit den Raben Episode und so weiter. Hat aber damit nichts zu tun. Nichtsdestotrotz, es ist Fantasy, denn Bran ist ein Prinz in einem Königreich und er arbeitet zwischenzeitlich auch als Schmied und eines schönen Tages reitet er in den verbotenen Wald, was er natürlich nicht darf, weil der Wald ist verboten, da darf man eigentlich nicht hin, weil es gab da mal Kriege und seitdem ist das gebanntes Land und sieht dort plötzlich einen ja einen Rehbock mit goldenem Geweih und da beschließt er, das wäre eine richtig gute Trophäe, die er seinem Vater so präsentieren würde und er schießt ihn und in dem Moment, wo er erschossen wird, verwandelt sich das Tier in einen Menschen, genauer gesagt in eine junge Dame und dann nimmt das um Glück seinen Lauf. Jetzt sagt ihr, naja, das ist ein typische Märchenplot, die Jagd im verbotenen Wald, Tiere verwandeln sich in Menschen und umgekehrt, das stimmt, aber was wir auf den ersten paar Seiten schon merken, Prinz Bran ist ein Arschloch, also es ist wirklich ein kleines, despotisches Dreckskind, was ja zu der gesamten Umgebung unfreundlich ist, zu den Bauern, die da arbeiten, zu seinen Geschwistern und es ist klar, er wird irgendwann der König und er macht sie alle platt und so weiter und so fort und das ist was, was mir dann sehr Spaß gemacht hat, weil auf den ersten Bildern dachte ich so, da sind die so in der Schmiede und unterhalten sich und so weiter, dachte ich, ja okay, es wird die typische, ja, die Gefährten im Prinzip, wir reiten jetzt ein bisschen durch die Gegend und plätten ein paar Monster oder sowas, aber das war es dann tatsächlich nicht, sondern wir waren sehr schnell dann in diesem märchenhaften Umfeld, wo Bran dann verflucht wird, nämlich von dem sterbenden Wesen und Bran ist jetzt verflucht, um tagsüber eine Krähe zu sein, eine Krähe oder ein Rabe, der aber noch menschlich sprechen kann und das ist natürlich für ihn, der eigentlich König werden will, erstmal ein ziemlicher, ziemlicher Aufwand, weil das ist doch bei der Mission König zu werden, sehr hinderlich halt auch, wenn man eine Krähe ist. Da erklärt sich auch der Name, weil ich habe vorhin mal nachgeguckt, Namensherkunft von Bran ist tatsächlich Krähe oder Rabe, so in der Art, also das wurde schon sehr, sehr bewusst gewählt und er trifft dann ja sowas wie eine Art Hexe, mit der dann ja nach gewissem Widerwillen gemeinsam auf die Suche nach bestimmten Dingen geht und das ist alles sehr, sehr märchenhaft gemacht und was mich unheimlich beeindruckt hat, waren die schönen Zeichnungen von der Frau Plenske mit Vornamen Maike, die auch die restlichen zwei Bände davon gezeichnet hat. Das Szenario ist von Flora Grimaldi und also die Zeichnung unglaublich gut, es hat sehr mich erinnert ein bisschen an Masso Schmiedstochter, aber ein bisschen realistischer, aber die Koloration ist glaube ich sehr, sehr ähnlich dabei und alles auch sehr, sehr märchenhaft gehalten im Ganzen. Also das fand ich richtig gut und ich werde mir auf jeden Fall die Nachfolgebände mit Namen Macher und der Band danach heißt Sarah, also die widmen sich alle unterschiedlichen Protagonisten, die wir hier schon gesehen haben. Macher ist zum Beispiel die Hexe, auf die er trifft oder Zauberin oder was immer das für ein Wesen ist und ja, also ich kann das nur jedem am Herzen sehen, wenn euch was zugefallen hat, wird euch das hier auch gefallen. Ich habe dann mal geguckt, was hat die Frau Plenske sonst noch so Schönes gemacht und die Maike hat tatsächlich auch eine Beatles-Biografie illustriert und das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache, vielleicht gucke ich da auch mal rein. Also ich hatte richtig Spaß bei dem Ding, auch den kriegt man für wenige Euros hinterhergeworfen, wenn ihr das möchtet, da könnt ihr zumindest mal den ersten Band reinschauen, denn das ist eine abgeschlossene Story und schießt euch den einfach für ein paar Euro. Ja, klingt gut, denn wirklich direkt bei Carlsen gibt es den nicht mehr, ich glaube Verlagsvergriffen ist er auf jeden Fall interessant. Ja, ich finde auch vor allem für den Vergleich, den du gezogen hast zu Masu Schmidstacher, der ist offensichtlich, also zumindest dieses eine Artwork-Bild, das ich hier gefunden habe auf Highlightzone.de Liebe Grüße an den Heiner, das ist offensichtlich, also das ist schon ein schönes Ding. Ich würde ihn mal in die Hand nehmen, das wäre auch so einer, der mich jetzt halt vielleicht nicht so unmittelbar sofort im Ofen hervorlockt, sondern so ein, ja, keine Ahnung, Gebrauchding wäre oder so, oder halt Bibliotheksding. Hast du davon schon mal was gehört, Patrick? Ist das irgendwas, was du schon auf dem Schirm hattest? Ich hatte es nämlich nicht auf dem Schirm, aber ich habe es gerade für ein paar Euro bestellt. Okay. Sieht das ziemlich cool aus und Bran, der zu einem Rahmen wird, sorry, also diese Vergleiche mit Game of Thrones hören einfach nicht auf, je mehr du dich damit beschäftigst, ist das Zufall, dass da so viele Parallelen zu Game of Thrones vorhanden sind? Das ist aus 16, ich glaube schon, das ist älter. Okay. Also ich sag mal, es schadet nicht vom Artwork her ein ähnliches Cover zu haben, das auch zu Game of Thrones gehören könnte. Ja, man wollte zumindest dieselbe Gruppe abgreifen, verstehe. Michael Plenzke noch mal ein paar Sachen, weil ich bin, ich habe die nicht gelesen, ich weiß, dass die existieren, aber gelesen habe ich sie noch nicht, aber ich bin großer Michael Plenzke Fan, obwohl sie relativ wenig leider bei uns veröffentlicht hat und eigentlich sollte die in Deutschland viel, viel größer sein, als sie ist. Ich hatte früher klassischen Comic-Blog, Boxspot, die Sagen hat sie meines Wissens dann irgendwann aber alle gelöscht. Das war halt auch so ein autobiografischer Blog und ich war großer Fan. Ich fand ihren Zeichenstil schon immer wirklich ganz, ganz, ganz großartig. und sie hatte dann eine Kurzgeschichte Zwerchfell, hat mal so eine Porno-Comic-Anthologie rausgebracht von eben deutschen ZeichnerInnen und da hat Michael Plenzke auch eine Kurzgeschichte drin, war glaube ich sogar die erste Geschichte in dem Band. Damals dann auch den E-Com-Preis für beste Kurzgeschichte oder was auch immer gekriegt, also fantastisch gezeichnet und diese Bände, die Rizzo mir jetzt ja vorgestellt hat, die sind ja eigentlich aus Frankreich. Also das ist mal wieder eine ZeichnerIn, die ein Projekt im Ausland zeichnet, das dann wieder reimportiert wird. Ich vermute mal, sie arbeitet in irgendeinem Job, der halt Geld bringt, aber so richtig viel Comics kenne ich von ihr dann eben leider auch nicht. Ich traue wirklich diesem Webcomic von ihr hinterher und ich bin wirklich zeichnerisch von ihr total begeistert. Also ich will damit auch sagen, ich weiß, Ines Kort ist jetzt auch keine NewcomerIn, aber Michael Plenzke hat also auch schon vor Masu Schieds Tochter so gezeichnet. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sich da jetzt irgendwie wahrscheinlich stark daran orientiert hätte, sondern sie hat einfach auch schon ihren Stil und auch schon in jungen Jahren gehabt. Also es war so 2010 rum, wie ich diesen Blog gelesen habe und sie den eben auch noch geführt hat. Ja, Michael Plenzke, ich möchte ein Wort aussprechen. Da wird auch kein deutscher Satz mehr draus. Also ich möchte, ich hätte gerne, dass Michael Plenzke viel mehr Comics macht, die in Deutschland auch viel größer sind. Wer will das nicht? Sehr gute Sache. Ja prima, das klingt auf jeden Fall nach einem Comic, den man mal gelesen haben kann. Dann, lieber Patrick, bist du wieder dran. Jetzt habe ich Superman, ein Held fürs ganze Jahr von Jeff Löb, Tim Sale und Bjarne Hansen. Das ist eine Geschichte, ich glaube, aus den frühen 2000ern, weil zumindest diese Bonus-Story mit Sams Geschichte, die ist 2005 seinen verstorbenen Sohn Sam gewidmet, der damals auch an Krebs gestorben ist. Es geht hier darum, dass Superman quasi über vier Jahreszeiten erzählt wird im Stil der klassischen Fleischer-Cartoons aus den 40ern. Das heißt, die Farbgebung erinnert sehr an diesen Stil. Superman hat ein leichteres Mobs-Gesicht, nur das Logo ist eben dem aktuellen Superman-Logo angepasst und Lex Lufa ist auch so ein bisschen mobsiger unterwegs. und im Stil von Frühling, Sommer, Herbst und Winter wird dann aus der Sicht von Jonathan Kent, Lois Lane, Lex Lufa und Lana Lang erzählt und alle erzählen so ihre Versionen, wie sie mit Superman in Berührung gekommen sind, wie er ihr Leben verändert hat und das Ganze quasi nicht nur Smallville, sondern auch Metropolis verändert hat. Man erfasst hier die Essenz, die einen Superman ausmacht, dieses Farbenleben, das Menschliche und wie er dann nach und nach über sich hinaus wachsen will. Der interessante Kniff dabei ist, zumindest optisch, dass Superman oft, wenn er fliegt, man sieht seine Beine gar nicht, aber er hat so einen rot-gelb-blauen Schweif, ähnlich wie bei der Enterprise, wenn die in die Lichtgeschwindigkeit geht. So diesen Lichtschweif sieht man dann hier öfter mal, wenn Superman in Aktion ist, weil die Menschen ihn ja quasi mit dem Auge nicht mehr sehen können und er dann halb verpixelt ist beziehungsweise halb vernebelt drüber kommt. Ich bin ziemlicher Fan vom Artwork von Tim Safe und von Jeff Loeb. Also nicht nur wegen Batman das lange Halloween, sondern auch weil der wirklich sowas herrlich Nostalgisches hat, ohne zu sehr verklärt zu werden. und hier ist es wirklich im Stil der Fleischer-Cartoons im Stil vom Golden Age, also 1938 bis 1956 als Superhelden noch nicht komplett so depressiv waren, sondern als das Aufkommen der Superhelden war. Es hat was Fröhliches, es hat was Optimistisches und trotzdem klingt immer wieder mal auch durch, dass auch ein Superman seine Grenzen hat und die kriegt er hier mehrmals zu spüren, zum Beispiel auch in der Geschichte von Sam, wo er merkt, sein Kumpel hat Krebs und er kann dagegen nichts machen. Es ist ein schöner Comic, der Nostalgisch daherkommt, der wirklich wunderschön aussieht. Erzählt nichts Neues, aber gerade weil Superman so wenig gute, empfehlenswerte Comics hat, dachte ich, das ist einer, über den kann man reden, den kann man wirklich lesen, wenn man Superman-Fan ist oder wenn man das Artwork von den beiden mag, von Jeff Lipp und Tim Sell, habe ich entdeckt, weil es auf einer der besten Listen von ein paar Leuten war und ich war verwirrt, wieso ich den nicht kannte. Es hat sich gelohnt. Also wer es klassisch mag, wird hier gut bedient. Den habe ich vor Jahren mal gelesen. Ich habe den auch als äußerst gut in Erinnerung. Der heißt ja im Original For All Seasons, richtig? Genau, ja. Der ist das. Und ich fand das wirklich so toll. Ich meine, das ist ja bei Superman jetzt so ein Running Heck, dass man von dem eine Origin-Geschichte erzählen möchte. Natürlich. Das ist ja gefühlt hat sich jeder größere Comic-Künstler, der schon mal mit, KünstlerInnen, die schon mal mit einfach Superhelden, insbesondere Superman zu tun hatte, da irgendwie schon mal dran gewagt. Wir haben so viele, wenn man so will, Interpretationen, aber was interpretieren die eigentlich letztlich an der Origin von Superman gesehen oder von dieser Origin? Die ist mir in Erinnerung geblieben, weil die ja diese Sprünge macht. Das sind, glaube ich, vier Hefte, habe ich es dunkel in Erinnerung und da ist es jedes Heft so ein bisschen eine andere Phase des Lebens von Clark und das fand ich, das finde ich schon irgendwie auch toll. Das ist nicht die Version der Origin, wo er noch nicht fliegen kann. Er kann hier schon fliegen und ich habe das wirklich auch als ganz toll in Erinnerung, emotional ein Stück weit. Ja, wie vorhin hatten wir das Wort authentisch, ich will es gar nicht so oft benutzen, aber hier passt es, glaube ich, auch. So authentisch, wie ein Superman überhaupt sein kann. Ich würde nicht authentisch sagen, wir erleben hier einen sehr menschlichen Superman. Man überspringt gewisse Phasen, die schon totgenudelt sind, also das explodierende Krypton und so, das überspringt meine. Also hier sieht Jonathan Kent eben mal direkt das abgestürzte Raumschiff, zieht Superman groß und wir sehen dann einen Zeitsprung und Superman ist plötzlich so ein Halbstarker, der auf der Farm hilft. Es ist vertraut, aber es nudelt nicht alles zu Tode, sondern bedient sich dabei und erzählt einige sehr menschliche Geschichten über Superman. Das ist das Schöne daran, dass man hier nicht das Gefühl hat, ach nee, jetzt das schon wieder, jetzt das schon wieder, sondern dass wir hier auch ein bisschen so eine Art Best-of-Superman haben, also ein Best-of von diesem Superman, der noch nicht in die Depression verfallen ist, der noch nicht ein Dutzend Kostüm-Anpassungen hatte oder dieser Blitz-Superman aus den frühen 2000ern, sondern wirklich der aus den 40ern. Was ist eigentlich der Grund für Panini, das Ding jetzt nochmal rauszuhauen? Oftmals machen die es ja so, dass sie einfach Dinge nochmal veröffentlichen, wo es quasi die tollen neuen Druckvorlagen aus den Staaten gibt und deswegen macht man das halt jetzt, weil es mal wieder Zeit wurde und vielleicht war es auch vergriffen oder so, aber ist das vielleicht, und ich bilde mir dunkel ein, das gelesen zu haben, auch eine der Vorlagen für Superman Legacy, den James Gunn-Superman, den wir übernächstes Jahr, glaube ich, bekommen sollen. Weißt du das? Den bekommen wir 2025. Es würde mich nicht wundern, James Gunn bedient sich ja oft wirklich sehr, sehr klassischer Comic-Literatur, die fast niemand mehr auf dem Schirm hat, außer er. Vielleicht hat er das in einem Interview quasi gesagt, oh, er wird sich daran orientieren. Hm. Es würde mich freuen, vor allem, wenn wir sehen, auf was er Fokus liegt bei all dem Ganzen. Ich hoffe nur, dass bis dahin die Comic-Bubble, also die Comic-Film-Bubble bis dahin nicht implodiert ist, weil wir merken, Superheldenfilme kommen allgemein gerade gar nicht mal so gut an. Nicht, dass das dann irgendwie durch irgendwelche schlechten Box-Office-Zahlen im Vorfeld im KM erstickt wird. Das würde mich nicht wundern. Und unser bekannter Christian Endres hat da auch mal wieder ein Vorwort dazu geschrieben, aber er erwähnt da auch nichts. Vielleicht ist da Neues? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Er erwähnt da auch nichts Neues, aber es gibt da wirklich ein paar sehr, sehr schöne Panels, gerade wenn Superman so einen Feuersturm bekämpft, gerade wie hier mit Rot, Gelb, Blau gespielt wird mit den Farben. Es ist ein Hingucker. Und das erwähnen wir heute in der Folge auch öfter, dass das einfach schön aussieht. Lieber Priester, den hast du doch garantiert auch gelesen damals. Kannst du dich noch dran erinnern? Den habe ich auch gelesen, aber es ist natürlich schon sehr lang her, aber mit dem Kreativteam kann man eigentlich nie was falsch machen. Ja. Hast du die anderen Sachen von denen auch gelesen? Also gerade so dieses, was war es hier, Long Halloween und, wie heißt der Zweite? Der Devil Gelb zum Beispiel, Hulk raus, Spider-Man blau. Das Spider-Man-Ding liegt ja auch noch rum. Das habe ich ja auch noch irgendwo in der Box rumkullern. Geil. Ja, also wirklich, ich mag sein Artwork und schon allein, wenn man dieses Artwork mag, macht man hier nichts falsch. Andi, hast du den gelesen? Ja, nee, leider nicht. Das ist auch so einer, der kam vor 25 Jahren raus und ungefähr so lange will ich den eigentlich auch mal lesen, genau zu sagen. Aber nee, ich kenne den nicht. Ich habe auch andere Sachen von Jeff Lapp und Tim Sale gelesen, aber den nicht. Ich vermute, wie gesagt, der hatte letztes Jahr 25-Jährige. Es gab letztes Jahr anscheinend auch eine neue amerikanische Ausgabe. Vielleicht hat sich von ihm die daran mitorientiert. Jetzt habe ich eine Idee, was vielleicht neu dazugekommen sein könnte. Es gab so ein paar Storys, zum Beispiel, die diese Sam-Story, die 2005 veröffentlicht wurde in Gedenken an den Tod von seinem Sohn Sam. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Bonus-Stories. Vielleicht waren diese Bonus-Stories das, womit man das quasi neu vermarktet hat. Also diese zehn, zwanzig Extra-Seiten, die hier mit dazukommen. Also wir haben hier zum Beispiel eine Zwei-Seiten-Geschichte als Clark Bruce begegnet, dann Sams-Geschichte und sehr professionell mit einem Cast zu switchen. Aber wir haben hier noch eine Story, wie Superman das erste Mal zum Abschlussball fährt. Also drei neue Storys könnten das sein, aber ich bin mir da nicht sicher, ob diese Storys wirklich neu sind. Oder waren die damals schon dabei? Wisst ihr da was? Naja, wenn du sagst, das war von 2005, der Comic ist original 1998 erschienen, dann war die schon mal nicht mehr dabei. Okay. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt in anderen Sammelbänden zwischen 2000 und jetzt schon mal mit drin, keine Ahnung. Aber wie gesagt, Comic hatte 25 letztes Jahr, 2022 ist Tim Saylor verstorben. Also vielleicht DC da deswegen dann eben neu aufgelegt und dann entsprechend auch Panini neu aufgelegt. Ich hab das mit der Geschichte von Sam natürlich dann auch gerührt, weil er ja, wir wissen es, ist es nichts Neues, Krebs ist eins der größten Arschlöcher, das wir kennen. Bin da im Umfeld auch schon mehrmals mit konfrontiert worden und gerade deswegen hat es mich irgendwo berührt, dass Sam da auch noch seine Story bekommen hat. Vielen Dank fürs Vorstellen dieses letztlich, das ist schon so ein richtiger Superman-Meilenstein, das kann man glaube ich so sagen. Den gelesen zu haben, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist aber auch keine, ist kein, kein Comic gewesen, wo ich sagen würde, wenn du Superman nicht kennst, dann liest du mal erst mal den, damit du halt so die Basics kennst. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, das ist eher so für Leute, die das alles schon kennen und dann halt vielleicht mal einfach einen neuen Blick auf so ein bisschen die Smallville-Jahre von Clark suchen. Bingo, Neuling würde ich eher sowas wie All-Star-Superman empfehlen, der quasi so ein komprimiertes Superman ist oder eine Fortsetzung, wo Superman sich seiner Sterblichkeit bewusst wird und quasi an Krebs erkrankt beziehungsweise an einer Überdosis Sonnenenergie? Das weiß ich nicht so genau. Ob der jetzt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ne, auf jeden Fall, er ist da kurz vorm Sterben. Sehr gut, vielen Dank, lieber Patrick. Gerne. Ich bin dran und stelle einen Comic vor, den du auch gelesen hast. Deshalb habe ich mich auf deine Meinung freue. Ich glaube, deine Meinung zu dem Comic We Have Demons von dem lieben Scott Snyder und Greg Capullo. Das ist ein Comic Wir haben übrigens Capullo ausgesprochen. Capullo? Ich glaube, in den Foren Capullo ausgesprochen. Ja? Quatsch. Das ist einfach nur ein stilistisches Mittel wie bei Motorhead. Das hat er mal aus Gag drüber gemacht. Das ist schon Capullo. Okay. Naja, erscheint auf jeden Fall bei Splitter und ist etwas, dass der 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 hat er sich dann einfach überlegt. Hier, ich mache, nachdem ich jetzt ganz viel Mainstream gemacht habe, mal Sachen, die kein Mainstream sind. Der hat dann was Eigenes gegründet und sich dazu verschiedene Leute mit ins Boot geholt. Das ist so eine Art Comicstudio. Das geht da unter anderem auch um die Frage, also Comixology Originals. Zusammenarbeit auch mit Dark Horse sind da viele Sachen entstanden. Und er hat sich halt immer irgendwelche Künstler dazu geholt, die mit ihm quasi seine Ideen umsetzen. Und eine dieser Dinge ist dieses We Have Demons. Und ganz klar, wer jetzt hier den Capullo kennt, der sieht hier auf jeden Fall auch sofort, dass da unter Umständen rein optisch gesprochen auch Dinge vielleicht recycelt worden sind, die man unter anderem bei beispielsweise Spawn hätte mal benutzen wollen. Oder vielleicht auch Sachen, die bei Batman Metal und Death Metal und Black Metal und wie die ja nicht alle hießen, da vielleicht auch irgendwie ganz gut reingepasst hätten. Ist es aber nicht. Haben sie jetzt hierfür genutzt. Worum geht's? Es gibt quasi, ich simplifiziere jetzt sehr, sonst wird es zu abstrakt, ein gutes Element, das durch den Weltraum fliegt und ein böses Element. Von dem bösen Element ist eine Menge auf der Erde gelandet und hat im Laufe der letzten Jahrtausende einige Dämonen geschaffen. Von dem guten Element ist nicht so viel gelandet. Und ein paar Personen haben dieses gute Element abbekommen. Das sind quasi Erzfeinde, diese Elemente. Und deswegen kämpfen die Menschen, die das gute Element abbekommen haben, die daraus Waffen gebaut haben, gegen diese Dämonen. Und es ist immer eigentlich der klassische Kampf gut gegen böse. Hier ein bisschen simplifiziert in Form von tatsächlich, es geht hier um Glauben, also Gotteskriegern. Das wird relativ konkret so gesagt. Man muss einen gewissen Glauben an irgendwas haben. Es wird auch ein Stück weit aufgewärmt. Man kann auch einfach daran glauben, dass man, keine Ahnung, morgen ein richtig leckeres Frühstück kriegt. Dann hat, glaubt man auch, aber es ist tendenziell hier der religiöse, vor allem christliche Glaube gemeint. Das sind die, also die Guten mit ihren weißen Schwertern in weißen Klamotten, die Superhelden quasi. Und die Bösen, das sind die, die alles infizieren wollen. Und dann gibt es aufs Maul. Im Zentrum steht unsere Dilla, heißt die junge Frau, glaube ich. Ja. Patrick, stimmt das? Dilla ist richtig, gell? Genau. Die hat ihren Vater verloren und macht sich jetzt so ein bisschen auf die Spuren ihres Vaters. Und wer hätte es geahnt, der Vater war der Anführer von diesen Guten. Wenn er gerade nicht als Pastor irgendwelche Leute pastorisiert, dann hat er halt gegen Dämonen gekriegt. Hat er mir nicht pastorisiert. So in der Art. Und der ist jetzt tot. Der ist natürlich im Kampf gegen diese Dämonen umgekommen. Und sie, unsere Protagonistin, nimmt jetzt nicht unbedingt seinen Platz ein, aber geht auf jeden Fall auch in diese Gruppe über, von der sie bis zum Tod des Vaters nichts wusste. Sie hat nur einen Arm, aber das ist in diesem Kommi überhaupt gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, denn sie hat eine mega fancy Prothese von ihrem Vater gekriegt, der natürlich sie ihr Leben lang, ohne dass sie es richtig wusste, so halb irgendwie zumindest, darauf vorbereitet hat, irgendwann auch an der Seite der Guten zu kämpfen. Und sie kann aus dieser Prothese halt irgendwie eine Art Schwert, Messer hast du ja nicht gesehen, rausfahren und gegen alles kämpfen, was aussieht wie ein Dämon. Das ist so die Story quasi, ja. Und dann einfach quasi ihre Geschichte im Kampf gegen die Dämonen bis hin zum großen Finale. Und ich frage mich so ein bisschen, wofür das eigentlich alles steht, was das eigentlich alles sein soll. Entweder ist das ein total seichter Action-Comic für eine Zielgruppe, die halt mal ein bisschen aufs Maul gegen Dämonen sehen möchte, in einem tollen Artwork, eine Menge Blut, viel auch so Schimpfworten, die diese Dämonen benutzen, diese Schimpfworte, weil das ist quasi dämonisch. Das machen die halt so. Und dann auch viel Sexiness, weil auch jeder hier, nahezu jede Frau, also nicht alle, es gibt Ausnahmen, aber gerade unsere Protagonistin und auch wichtige andere Figuren hier sind immer alle eng, knapp gekleidet, haben Körperpositionen, die anatomisch nicht möglich sind. Hauptsache sie sehen halt besonders sexy aus. Die meisten Männer hier sind auch tendenziell eher trainiert. Und das ist so ein seichter, man könnte, ich will jetzt nicht Mainstream sagen, weil das klingt dann so abwertend in dem Fall, aber es ist wirklich seichte Unterhaltung. Oder aber man sieht es mal ein bisschen ideologisch und sieht hier einen extrem ultra konservativen Ansatz, eine Geschichte zu erzählen, der beschwört Menschen, die konservativ bis extrem konservativ sind. Ich weiß gar nicht, wie wir das sonst bezeichnen sollte. Und die quasi irgendeine, natürlich in Fantasy gewandt, Erklärung oder zumindest Bestätigung dafür suchen, warum ein Kampf gegen das Böse, gegen die gottlosen anderen auch immer sinnvoll ist. Weil man ja quasi für das Gute steht. Aber weder das Gute noch das Böse wird hier in diesem Comic in irgendeiner Form so richtig erklärt. Es ist halt einfach da und es wird auch an mehreren Stellen so gesagt, es ist da. Es wird nicht Gott gegeben gesagt, aber genau genommen wird Gott gegeben gesagt. Und im Endeffekt müssen dann wieder die Guten gegen die Bösen kämpfen, weil sie sind halt die Guten. Und immer noch dazu dieses Topping, religiöses Geschwurbel als Entschuldigung für all das, hat mir im Nachhinein, nachdem ich das versucht habe, ein bisschen Revue passieren zu lassen, den Comic doch sehr madig gemacht. Und deswegen würde ich den nicht empfehlen. Das ist eine super schnell vergessene Geschichte von Gut gegen Böse mit Dämonen und Schwertern. Wer das will und keinen Bock hat, einen zweiten Moment drüber nachzudenken und das vielleicht eben noch mit einem tollen Artwork, was gar nicht so toll ist. Es ist halt typisch für Capullo. Es sieht schon gut aus, es ist besser als alles, was ich jemals hinbekäme. Aber es ist jetzt nicht extra, also exorbitant geil. Es ist einfach nur normal geil. Und deswegen leider auch wieder schnell vergessen, weil wir inzwischen viel geile Sachen sehen. Und das so alt, dieses auch bisschen, ich nenne das gerne mal so DC und Marvel Mainstreamige Artworks, das geht halt einfach auch vergessen. Verloren im Wust der anderen Dinge, die wir gelesen haben. Da wird mir sowas wie Mord Cinder garantiert besser im Kopf bleiben. Oder später unser Fungirl. Das hat viel mehr Eigenheiten, Charme und Charakter, als das jeder, also nur eine einzige Seite von We Have Demons geschafft hat. Leider. Kommt in einem wunderschönen Hardcover-Beispiel da daher. Riecht gut, wenn man es aufmacht. Hat so eine schwarze Grundfarbe und ist schon alles ganz fancy. Aber, also ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das ist so meine ersten Punkte dazu. Patrick, jetzt hau du mal raus. Du hast den ja auch gelesen. Ich glaube, du warst deutlich positiver angetan davon. Was hältst du von We Have Demons? Nach der Zweitlesung gar nicht mal mehr so. Ich könnte jetzt unseren Kollegen Max zitieren. Ich mag den Look so gerne. Was mich gestört hat, man hat aus diesem Aspekt mit den Kriegen gar nicht mal so viel gemacht, sondern es war überwiegend gefühlt eine Rückblende, wie Dilla quasi aufs Leben vorbereitet wurde. Und all dieser ganze Kampf hat so nebenbei stattgefunden. Und dann, als man denkt, oh, jetzt geht's los, jetzt ist die Origin erzählt, steht auf einmal da das Ende. Bisschen hat es mich auch an den Film Brightburn erinnert. Also den mit, äh, nicht Brightburn, also den mit Will Smith und dem Goblin oder was auch immer das war. Ach ja, ähm, Brightboy auch. Der heißt einfach nur Bright. Auf jeden Fall daran hat es mich ein bisschen erinnert. Er hat hier wirklich viel von seinem Batman, von seinem Spawn-Einfluss reingebracht. Und für mich war er eben einer der besseren Spawn-Zeichner. Ja, deutlich besser als zum Beispiel der überbewertete Todd McFarlane. Sorry. Und deswegen habe ich mich da irgendwo heimisch gefühlt. Aber ich war dann am Schluss trotzdem leicht enttäuscht, weil, ja, viel aus der Prämisse hat man dann leider doch nicht rausgeholt. Wenn man die Optik mag, wenn man Kapulos-Zeichen-Steam mag, kann man da noch ein bisschen was mitnehmen. Weil ich hätte mir auch ein bisschen mehr Buddy-Movie-Action gewünscht. Was du gemeint hast mit Geschimpfen, mich hat das fast schon ein bisschen an Warf erinnert. Nur eben, wenn da das Gefluche quasi zum guten Ton gehört. Da gibt's so eine Splash-Page, wo er richtig heftig abflucht. Da musste ich grinsen. Hätten sie das noch so ein bisschen mehr herausgearbeitet? Das hätte für ein paar interessante Konflikte gesorgt. Man hätte da einiges mehr draus machen können und trotzdem fand ich den an sich ganz spaßig. Wer Glaubenskriege mag, wer Dämonen mag, wer so ein bisschen Exorzismus gesplattern mag, macht hier nichts falsch, hat aber bestimmt auch schon Besseres gesehen oder gelesen. Und wenn ich jetzt sage, das ist aber hier total eigentlich der ideologische Comic für coole Christen, die halt mal ein bisschen Hau drauf brauchen, würdest du mir da zustimmen? Oder interpretiere ich da zu viel rein? Nee, du interpretierst da nicht zu viel rein. Lies mal auch nur ansatzweise mal die Bibel. Da ist Härteres. Also ich sage nur, die Passion Christi. Also, ja, du hast da gar nicht mal so Unrecht. Aber ich habe das Gefühl, dass Katholiken, ich wurde katholisch erzogen, vielleicht ist das eine Auswirkung davon, ein bisschen gesplattern mögen. Mittlerweile bin ich Atheist, aber vielleicht ist das eine Nebenwirkung davon. Muss ich übrigens nochmal kurz zur Verarbeitung ergänzen, dass hier alles ganz schön ist mit dem Hardcover-Besplitter und so. Und das sind hochwertig verarbeitete Dinger und so. Aber eigentlich sind diese Hochglanz-Schwarzseiten kacke. Die haben halt diesen schwarzen Rahmen, du musst halt umblättern und du nimmst die Hand. Und deine Hände können gar nicht so trocken und sauber sein, dass du da nicht in den Comic dann doch hier und da mal irgendeinen Abdruck zauberst. Das ist eigentlich echt unpraktisch. Das ist fies, ja. Also wie willst du das machen? Willst du mit Pinzette und Handschuh lesen, diese Comics? Weiß ich nicht. Weil für so einen Hardcover, das kostet ja Spaß hier, 25 Euro habe ich dafür bezahlt. Für knapp, was sind das, ein bisschen über 100 Seiten plus einem netten, wirklich netten, aber auch nicht exorbitant geilen. Ja, circa 120 Seiten sind das genau. Plus halt eben so ein bisschen Anhang. Boah, das will ich schon eigentlich pflegen. Und hier ist ja auch spannend, dass du halt, da sind zwar Sketche von Capullo drin, aber das ist ja erst ein Online-Comic gewesen, oder? Das steht doch hinten drin, das war doch erst für Comixology gemacht. Ja. Und warum hat der dann analog gezeichnet? Haben die es eingescannt und einfach, also ist das nicht irgendwie quatschig? Vielleicht ist er so splinig, wie zum Beispiel ein Tarantino, der auch nur auf gewissen Filmmaterial drehen kann. Vielleicht ist das sein Splin, dass der erst mal per Hand zeichnen muss. Könnte auch sein, dass er nur ein Cover so gemacht hat. Also, ich weiß jetzt nicht, wie er das gemacht hat, ich weiß nicht, wie Greg Capullo normal arbeitet, aber es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass jemand analog zeichnet und eingescannt wird, das dann ja immer, egal wie es veröffentlicht wird. Ich habe übrigens einen kleinen Head-Sketch von Greg Capullo kann ich ja vielleicht passend zu der Folge euch mal schicken. Das sieht deutlich rauer aus, also wenn du einen Sketch von ihm kriegst, es sieht deutlich kragliger aus, also da macht die Technik dann einiges. Ja, was ich eigentlich halt meinte, ist, dass die halt diese Arbeitsschritte in den Anhang packen. Du siehst die Seite in der Bleistift-Fassung, dann in der getuschten Fassung und anschließend die kolorierte Fassung. Und das ist ja ganz nett, aber bietet das jetzt so einen Mehrwert, das in zehn Fällen jetzt zu sehen? Eigentlich nicht. Das kann ich da, das weiß ich nicht, kann ich wahrscheinlich für irgendeinen Speck nicht mehr stellen. Ich finde die geilen Variant-Cover hinten drin, die finde ich allesamt spannender. Ja. Aber hier sind immerhin die Variant-Cover und die Cover abgebildet. Das war ja bei dem Simpsons Treehouse of Horror-Ding so ein Ding, das ich kritisiert habe. Schön, dass die Cover hier abgebildet sind. Schön, dass man hier das Artwork nicht komplett versendet, beziehungsweise zunichte macht und unterschlägt. Ja, Andi, ein Comic um den Kampf für das Gute? Spricht dich das an? Wenn du schon sagst, dass das für... Das sind konservative Christen. Gute Christen. Das ist ja nicht die größte Werbung, dass ich den Comic lesen will, jedenfalls. Ja, was machen wir jetzt wieder nur daraus? Ja, Blitz, ich vermute mal. Aber bei dir kann ich doch mit Action und Dämonen auf jeden Fall ankommen, oder? Also ich habe mir mal gemerkt, wenig bekleidet, riecht gut und Dämonen und da würde ich sagen, das könnte ich mir mal gucken. Aber ich muss halt sagen, das ist jetzt nicht großartig anders, als was er schon in der Vergangenheit öfters mal gemacht hat. Spawn ist ja ein ähnliches Thema Himmel-Hölle und es gibt ja noch ein Redeemir und sowas, der auch für ein starkes christliches Bild irgendwie steht und da bin ich ja ganz raus. Aber ich kann das als Fantasy irgendwie gut wahrnehmen. Also solange ich das nicht auf mein Leben übertragen muss, finde ich Religionen immer sehr unterhaltsam. Du hast immer ein Judas vorgestellt, nichts vergessen. Ganz genau. Ja, fantastisch. Also ich glaube, es ist exakt alles gesagt, was man zu diesem Comic sagen kann. Dieses Wort mehr wäre nicht zielführend. Was aber zielführend sein könnte, könnte unsere Besprechung sein in der... Ganz bald erscheint es endlich, die deutsche Ausgabe von Fungirl von Elisabeth Pich und zwar bei Edition Moderne. Also ist dann zumindest deutschsprachig. Ich weiß nicht, ob ich dann deutsche Ausgabe sagen sollte, aber ihr wisst, was ich meine. Im März 2024 ist es soweit und wir hatten aber jetzt schon voll Bock drauf und wir wollten das unbedingt lesen und wir haben das auch getan. Und die Idee zur Besprechung von Fungirl, die kam allerdings vom Andi. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ausholen, warum eigentlich, woher kennst du das, woher kennst du die Elisabeth? Ja, das ist jetzt auch nicht irgendwie so der Geheimtipp meinerseits gewesen. Es gab einen riesen Artikel im Tagesspiegel letztes Jahr, ich glaube von Lars von Törne. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut, wer den Artikel geschrieben hat. Und Thematik war, es gibt da eine deutsch-amerikanische Zeichnerin, die einen guten Comic macht, der in Deutschland nicht verlegt wird, aber im Ausland, also in den USA, hauptsächlich bei Silver Sprocket. Und ich fand den Artikel total interessant. Ich weiß, dass auf jeden Fall der Breedstorm War and Peace Leser ist, ich glaube sogar mal vorgestellt hat, auch in der Cookies-Folge, den Elisabeth Brich auch zeichnet. Ich hatte War and Peace in dem Zuge zwar wahrgenommen, aber ich wusste nicht, dass da Deutsche dahinter stecken. Da ist ja noch ein Autor oder ein Laborator auch noch mit dabei, der auch Deutscher ist. Und Fungirl ist eben die Reihe, die Elisabeth Brich alleine macht. Und ich fand diesen Artikel halt super interessant. Ich mag den Verlag ganz gerne, den amerikanischen Silver Sprocket. Das ist eben auch so ein Indie-Verlag, der ganz coole Sachen rausbringt. Und kurz darauf gab es dann eben auch die Ankündigung, dass Edition Moderne eine deutsche Ausgabe rausbringen würde. Und dann, Mensch, das ist doch, das sind jetzt zwar nicht da die Vorreiter, aber wenn es da schon so einen Comic gibt, der irgendwie aus Deutschland kommt, den nicht viele Menschen auf dem Schirm haben, dann wäre das nochmal eine ganz coole Gelegenheit, wenn wir uns das alles zusammen mal angucken und da mal drüber sprechen. Ja, die macht ja auch dieses War & Peace-Ding. Wir hatten das vorgestellt, warst du das oder Breedstorm? Breedstorm. Breedstorm hat das auch vorgestellt, genau. Kanntest du denn die Elisabeth vorher schon irgendwie oder auch nur durch dieses War & Peace-Breedstorm? Die ist mir in der Twitter-Teilheim damals immer mal reingespült worden. Und ich fand es richtig geil, dass Panini dann wirklich den Sammelband rausgebracht hat. Weil, also es ist wirklich genau mein Humor, dieses richtig dreckige, bösartige, was sie gerne macht. Und ja, also unglaublich gut. Hm, okay. Ja, und dann gab es irgendwie noch ein Gratis-Comic-Buch zum Gratis-Free-Comic-Book-Day. Das war nur in den Staaten, ne? In Deutsch, beim Gratis-Comic-Tag war die nicht dabei. Warum auch? Es gibt ja keine deutsche Veröffentlichung. Genau, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keine deutsche Veröffentlichung. Es gibt eben diesen Sammelband, es gibt noch ein paar kleine, also dünnere Einzelbände, die in USA mittlerweile erschienen sind. Ich weiß nicht, ob die in der deutschsprachigen Ausgabe irgendwie vielleicht mitabgedruckt sein werden oder nicht. Keine Ahnung. Ich hatte eben damals, weil wir für die CCA immer versuchen, irgendwas zu haben, wir alle leicht Zugriff darauf haben, hatte ich eben auf der Silver-Sprocket-Seite die Gratis-Version zum Gratis-Comic-Tag gefunden. Also das Einzelheft, dachte mir, gut, da kommen wir alle leicht ran. Und da war noch nicht abzusehen, dass wir eben auch vom Verlag das PDF zur Verfügung gestellt kriegen. Von daher haben wir jetzt ja alle die langen Ausgaben gelesen. Ganz genau. Wir haben dankenswerterweise vorab die PDF von der englischen Version, also die bei Silver-Sprocket erschienen ist, bekommen. Haben die auch weitestgehend alle gelesen. Und ich glaube, man kann sich da wirklich mal ein bisschen länger drüber unterhalten. Ich würde mal versuchen, die Handlung, die ja eigentlich wirklich in zwei Sätzen zusammenzufassen ist, das auch mal zu tun. Es gibt unsere Protagonistin, das Fungirl. Fungirl ist eigentlich eine Person, die vor allem erstmal mit sich selbst beschäftigt ist und immer mal wieder in ihrer eigenen Welt lebt, die sich, egal was sie tut, mit Menschen irgendwie auch unbewusst anlegt, zumindest weil sie ein Leben führt und Gewohnheiten hat, die sich nicht zwangsläufig mit den Vorstellungen und Gewohnheiten anderer Menschen decken. Sie wohnt in einer WG zusammen mit einer Ex-Freundin Becky und deren neuen Freund, dem Peter. Und Peter weiß zum Beispiel auch lange Zeit nichts davon, dass Fungirl und Becky, dass sie zusammen waren und so. Das ist auch so ein Thema hier. Wir erleben letztlich schon irgendwie in diesen, dass wir in insgesamt 256 Seiten entfarbig werden, irgendwie eine fortlaufende Geschichte. Aber es sind mehr so Szenen, die aneinandergereiht werden. Die haben jeweils so, keine Ahnung, 10, 15 Seiten pro Szene und dann geht es weiter zum nächsten, weil man will so viel Kapitel vielleicht. Kapitel ist auch ein guter Begriff in dem Fall. Das macht schon Spaß. Wir haben dann so alltägliche Dinge und alle eskalieren ganz oft. Und gerade im Verlauf dieser 256 Seiten sind die Szenen und Erlebnisse von Fungirl immer extremer. Also wirklich Drogenmissbrauch spielt eine Rolle. Vor allem auch viel sexualisierte Inhalte sind hier dabei. Letztlich auch Gewalt, Unfälle und weitere Absurditäten, die unterm Strich das Gefühl bei mir hinterlassen haben. Als wäre, um da mal ein Wort von Patrick, glaube ich, zu zitieren. Keine Ahnung, von Breedsom oder Patrick zu zitieren. Fungirl ist ein Arschloch. Und zwar volles Rohr. Die ist halt überhaupt nicht in der Lage, sich in irgendeiner Form der Gesellschaft anzubiedern. Was ja noch nicht unbedingt ein Problem ist, aber sie setzt dann immer noch einen drauf und spätestens als sie das Baby ins Gesicht tritt. Da war bei mir dann, war es mit allen Papertien vorbei. Ist es lustig, was Fungirl da macht? Das ist eine Frage, die kann ich noch nicht beantworten, weil es schon irgendwie, also es ist zumindest absurd genug, dass wie halt dieser Unfall, wo man nicht weggucken kann, ich schon dann doch noch weitergelesen habe. Und ich mich frage, was der Comic eigentlich von mir will. Lieber Breedstorm, als du das gelesen hast, hast du dann irgendwann verstanden, was dieser Comic dir eigentlich, was die Künstlerin dir sagen möchte? Naja, sie wollte mich in erster Linie unterhalten und da hat sie mich unglaublich gut unterhalten. Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass sie das direkt ist von War and Peace und da die ersten Seiten dachte ich, hey, das sieht ja genauso aus und stelle ich fest, okay, sie ist das von War and Peace, ist das ja geil. Das hatte ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass es da was gibt und habe mich total gefreut. Und das, genau mein Humor, also es wird ständig abgedrehter, bösartiger, sie nimmt dann ja, wie gesagt, noch einen Job im Beerdigungsinstitut an und was sich da oft tut, also das ist, das ist wie, wie, ja, ne, ne, ich kann es gar nicht in Worte kleiden. Also es ist eine kleine Offenbarung gewesen, ich fand es richtig geil. Ich hatte auch so ein bisschen, also ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß damit, ich finde, also Fungirl ist quasi so eine wandelnde Katastrophe, die ihr eigenes Leben sabotiert und das Leben von allen anderen gleich mit, auf extremste Art und Weise. Das steckt aber auch ganz viel, so ein feministischer Blick auch mit drin und das hat irgendwie so eine, das ist so Monty Python hoch 1000, so ins Extrem trieben für mich auch so ein bisschen mit. Also wirklich so absurde Situationen, die aber auch wirklich so ins Extremste eskalieren, aber ich finde nicht bösartig. Also ich finde schon, dass da immer sehr, sehr viel Humor eben auch mit dabei ist, also dass man auch merkt, dass da beim Erschaffen des Comics keinerlei böser Wille oder so mit dabei ist, sondern das ist schon immer auch für den Gag, für die Unterhaltung und ja, also mitvoll ist vielleicht das falsche Wort, aber dass eben diese Extremsituationen eben schon mit einem gewissen Stil auch irgendwie dahergebracht werden, dass man dem Comic und irgendwie auch Fungirl in dem Comic nicht so richtig böse sein kann. Ich fand's auch wirklich eine extrem seltsame Mischung. Also es fängt teilweise so ganz alltäglich an und eskaliert komplett, so als hätte man Seinfeld mit diesen Alltagsbeobachtungen mit Twin Peaks und dann irgendwie gesplatter gepaart. Also als wäre das wirklich in einer Parallelwelt. Dabei trifft sie da gedanklich immer wieder ab. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Sex-Masturbations-Gags oder auch wirklich so grenzwertige Sachen. Also sie sitzt da im Bus mit einer Melone und die Melone knallt dann an die Scheibe, weil er natürlich bremsen muss und sie heult dann, ah mein Baby. Und dann frisst sie die Melone halb und heult weiter. Also das ist wirklich so herrlich absurd, dass ich mich auf der einen Seite mal wieder gefragt habe, was willst du mir erzählen? Auf der anderen Seite habe ich mir immer wieder den Arsch abgelacht. Also ich fand's wirklich super. Ich freue mich, den Rest zu lesen. Und ja, gerne mehr. Also ich hab auch War and Peace genossen, aber hier hat sie nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt und gerade dieses Übertriebene ist wahrscheinlich echt die Essenz, die diesen Comic ausmacht, weil er das dadurch wirklich so herrlich unberechenbar ist. Also danke, Andi, dafür, dass du uns den Comic da mitgebracht hast. Also ich würd's soweit gehen und sagen, dass wahrscheinlich das Beste ist, was wir in der CCA gelesen haben, muss ich jetzt sagen. Wow, ja, wow. Weil's wirklich, ja, weil's wirklich so richtig derbe Humor ist, was ich mich natürlich gefragt hat während des Lesens, weil gerade du sprichst es an, Masturbationswitze und doch ganz schön viel sexuelle Sachen so. Also, die Lisbeth als Frau, da ist es Feminismus. Was wäre, wenn dieser Comic von einem Mann rausgekommen wäre? Ja, also wir haben ja gesehen, wir haben ja gesehen, dass Robert... Der dritte Comic ist doch von einem Mann. Ja, aber wir sagen ja zum Beispiel, also selbst mir fällt das jetzt auf, wenn ich so Robert Crump lese, denke ich, puh, das ist ja ganz schön, ganz schön wild, was du da so in deinem Drogenrausch in den 70ern und 80ern so gemacht hast. Und das ist schlecht gealtert tatsächlich auch. Und hier ist es jetzt halt, sagen wir, ja, es ist Feminismus, so halt, wenn sie Masturbation und was weiß ich, Partnertausch, was auch immer halt so, ne. Also es ist schon, die Wahrnehmung der Person, die das gemacht hat, ist offensichtlich für den Kontext schon immer sehr, sehr wichtig hier. Ich sag nur, ich hab diese eine Stelle gelesen, wo das Formaldehyd mit der Leiche kollidiert und die Leiche da halb verbrennt und sie dann einfach nur sagt, joa, jetzt sieht sie wesentlich schöner aus. Und ich dachte, okay, das stimmt nicht mit dir oder sie präpariert die Leiche so, dass sie eine Mordserektion hat. Also da kollidieren echt immer wieder mal so Tabubrüche. Du nimmst es nicht übel. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie eine Frau ist oder dass sie einfach nicht, obwohl sie komplett auf die Kacke haut, das mit einer gewissen Feinfühligkeit macht. Das haben wir gar nicht erwähnt. Man sieht in den Zeichnungen keine Münde. Also man sieht immer nur die Augen. Und gerade da wird so viel transportiert durch die Augen. Also die Abgefucktheit, die Traurigkeit. Ich find's super. Doch wie ein Humorcomic eben auch daher, eben diesem episodenhaften durch den Zeichenstil. Es hat schon auch ein bisschen was so vom Roadrunner. Also es passieren zwar sehr krasse Sachen, aber irgendwie so richtig große Auswirkungen auf den Fortgang der episodenhaften Handlungen. Also von daher ist es eben doch alles nicht ganz so ernst zu nehmen auch. Aber ich bin, ich bin, das ist so meine Erkenntnis des Tages. Das ist also die Art von Slice of Life, mit der man den Breedstormler auch kriegt, wenn man es mit genug Blut und Splatter dann bestreift. Im Grunde ist es auch ein Slice of Life-Gromic, nur eben mit Extrem getrieben. Ich bin von Slice of Life meistens überwiegend gelangweilt. Mich ist auch sehr gut. Ja, ist interessant. Ich bin es ja gar nicht gewohnt, dass ich in so einer Runde dann tatsächlich mal so die schon mal konservativste Perspektive habe. Weil ich die dermaßen unsympathisch fand, die Protagonisten über weite Teile, dass mich die gelegentlichen Schmunzler, die ich über auch teilweise wirklich total stupiden, stumpfesten Humor, also wenn sie plötzlich anfangen ihre Brüste zu massieren und das alles ganz lustig ist und so. Also, was ich ja per se auch mal so ganz nett finde, das steht für mich in keinem Verhältnis zu diesen ständigen Grenzüberschreitungen, insbesondere im Umgang mit Tod, im Umgang mit anderen Menschen, egal ob lebend oder tot. Gut, dass, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie arge Probleme mitgehabt, mich auf diese Art von Humor einzulassen, aber so ist das eben bei Humor. Der ist sehr individuell und persönlich und bei mir war das weitestgehend, also grenzüberschreitend ist ja das eine, aber es war einfach, ich fand das dann einfach nicht mehr lustig irgendwann. Aber das ist vielleicht einfach meine Frage der Wahrnehmung, keine Ahnung, vielleicht reagiere ich auch komisch, wenn ich Leichen sehe, sei es nur ein Comic. Da habe ich leider den Zugang nicht so gefunden, weil ich, keine Ahnung, das war irgendwie zu oft zu drüber, zu wenig zielführend, oft mit Absurditäten dann die Situation gelöst und geklärt und damit auch nicht befriedigend geklärt für mich in vielen Fällen, weiß ich nicht. Also mal einen Punkt rauszugreifen, es gibt irgendeine Art Konkurrent von dem Bestatter, für den sie arbeitet, dieser Konkurrent hält eine Rede auf irgendeinem Kongress der Bestatter und sie macht dann da letztlich eine Aktion, die dafür sorgt, dass er seinen Job verliert und dafür muss sie mal eben nur eine Leiche klauen aus so einem Kühlschrank beim Bestatter. Also entweder ist es voll lustig, weil guck mal, was sie mit der Leiche macht, oder aber es ist extrem grenzüberschreitend und einfach auch nicht mehr lustig. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, ich tendiere eher zur konservativeren Perspektive in dem Fall, was mich überrascht. Ich würde tatsächlich eher nochmal bei War and Peace reinschauen, weil da, lieber Breedstorm, hattest du gemeint, dass das ähnlich derber Humor ist. Kannst du da Vergleiche mal für mich ziehen, in welche Richtung geht denn das? Ja gut, es fängt ja schon damit an, dass sie eine Hexe ist und einen Vampirfreund hat, da ist es für dich wahrscheinlich einfacher zu erkennen, dass das kein autobiografischer Comic ist, weil hier ja viele Elemente da sind, die auch in der Welt theoretisch auch stattfinden könnten. Also man könnte theoretisch auch in unserer Welt eine Leiche klauen, aber man kann halt keinen Vampir treffen und keine Hexe, dann ist das für dich vielleicht leichter. Aber für mich ist diese Art von Humor, wie wir es, ja wenn wir es mit den Simpsons vergleichen, wie so eine Treehouse of Horror Episode, wo du schon von vornherein weißt, es ist alles drüber und extrem übertrieben oder so. Also ich kann das nicht ernst nehmen, das ist wie, du hörst einen Song von einer Death Metal Band, die auch über das Zerstückeln singt und trotzdem sagst du nicht, ja das ist wahrscheinlich eine autobiografische Sache, die sie da gemacht haben und generell finde ich das Zerstückeln von Leuten schlecht. Sondern in dem Moment ist das wie das Schauen eines Horrorfilms für mich, ich will mich unterhalten lassen. Und das hat sie hier richtig gut hingekriegt. Das kann wirklich sehr, sehr gut sein, dass ich tatsächlich einfach noch Probleme damit habe, mich mit sowas auseinanderzusetzen, wenn es mir als Comic präsentiert wird. Oder gerade dein Musikbeispiel oder meinetwegen auch Filmbeispiel, da funktioniert es ja bei mir auch, da kann ich das ja auch akzeptieren. Denn das wird es wohl sein, dass ich das im Comic einfach noch nicht so oft in dieser Extremform gelesen habe. Wer ich jetzt Crump erfahren, dann wäre das vielleicht was anderes. Oder du bist einfach nicht christlich genug. Christlich? Warum christlich? Ja, weil die Christen ja auch ordentlich absplättern. Also gerade was in der Bibel da aufgefahren wurde, ist das krank. Schaut dir einfach mal an, was in so einer... In der Kirche einfach so an der Wand hängt, so eine frühzeitliche Folter-Szene. Danke. Ne, ne? Ja, oder fehlt da nicht dazu genötigt werden, ihre Kinder umzubringen und dann sagt Gott, ja, Arschlecken, es war ja nur ein Test. Dazu müsste ich aber ein solches Gotteshaus betreten, das geht leider nicht, da verbrenne ich instant. Insofern ist das erstmal nicht möglich. Also ich rate dir, geh einfach mal in den Vatikan, auch ich als ATS, der Gotteskant war. Geh einfach mal in den Vatikan, na klar. Ich finde, die brauchen einen Podcast. Du gehst da rein und du erlebst wirklich, dass die da ihren ehemaligen Papst mumifiziert ausstellen in der obersten Ebene. Also nicht irgendwo in der Gruft unten drunter, sondern der Papst hat gesagt, ich fände es wäre eine geile Sache, ich würde da mumifiziert oben liegen. Und da war ich doch, weil ich jetzt damit wenig Berührung hatte in meinem Leben mit katholischen Glauben, doch ein bisschen irritiert, dass da einfach so eine Leiche rumliegt. Andi, kannst du noch Ergänzung machen oder haben wir Fungirl mehr oder weniger, wir haben nichts zum Artwork großartig gesagt eigentlich, oder? Es ist flach kopiert, es gibt eine überschaubare Farbpalette, kann man da noch was sagen? Relativ geometrisch, also die Köpfe sind sehr rund. Die Köpfe sind sehr rund. Naja, gerade ihr Kopf ist halt schon so mit dem Zirkel gezogen, ne? Also, und die meisten anderen Köpfe, glaube ich, auch. Ja, also wie gesagt, die Tattoo hat heute was Humoriges, finde ich, eben auch in der Zeichnung, relativisiert. Patrick hat schon gesagt, gerade die Mimiken, es gibt eigentlich keine Münder. Ganz, ganz selten, dass mein Mund mal angedeutet ist, aber eigentlich sind es nur die Augen und die Augen sind auch nur schwarze Punkte. Ähm, und ja, also, und von, von, in den Farben her, glaube ich, schon auch so ein bisschen ähnlich wie War and Peace. Okay, ich hätte gern mehr gelacht, andere haben gelacht, das geht eindeutig 3 zu 1 für Fungirl aus, erscheint demnächst beim Edition Moderne Verlag für, keine Ahnung, Preis steht hier nicht, aber März 2024 könnt ihr zuschlagen, ist euer Ding. Vielen Dank, das war sie, die CCA der Comic-Cookies in dieser Ausgabe. Wir haben euch eine, äh, ein Reveal, eine Ankündigung versprochen und die kommt an der Stelle vom lieben Andi, denn du hast uns heute eine Info mitgebracht, richtig? So schaut's aus, also euch habe ich die Info natürlich schon länger mitgebracht, aber der Wertenhörerschaft, äh, verkünden wir das heute. Ich nehme meinen Hut, nach dreieinhalb Jahren Comic-Cookies, ähm, gehe ich, äh, andere Wege. Nee, ist einfach so, ähm, das letzte Jahr war schwierig und, ähm, Wochen waren schwierig und es gibt auch immer noch Auswirkungen und so und, und, ähm, irgendwie ist das bei mir jetzt mittlerweile einfach so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, ich, ich muss mir irgendwie ein bisschen Zeit frei schaffen und, und irgendwie auch ein paar Sachen so zur Seite legen, die irgendwie meine, meine Energie und Aufmerksamkeit und meine Arbeit brauchen. Und da kann ich nicht mehr in alles ganz so viel von investieren, sondern muss das irgendwie auch ein bisschen so in, in meine körperliche und geistige Gesundheit investieren. Und da ist jetzt leider einfach der Podcast was, was da jetzt irgendwie quasi mit, mit wegfällt, wo ich gesagt habe, das hat für den Podcast auch, ähm, ja, ist es sinnvoller, wenn, wenn ich da statt nur so mit halber Kraft irgendwie das, das machen zu können, ähm, dann jetzt immer erst mal meinen Hut nehmen. Es waren dreieinhalb Jahre, wo ich glaube ich sagen kann, dass wir da sehr coole Sachen gemacht haben. Also ich blicke da auf einige Podcast-Folgen wirklich sehr, sehr, sehr gerne auch zurück. Also ich podcaste ja auch schon seit 2012 in verschiedenen Podcasts und es gibt in jedem Podcast, den ich gemacht habe, auf jeden Fall immer einige Folgen, auf die ich besonders stolz bin. Und da sind auch bei den Comic-Cookies auf jeden Fall einige Folgen mit dabei. Ähm, wir haben da auch eine ganz gute Neuauflage der Comic-Cookies, damals im Juli 2020 haben wir angefangen, ähm, auch an den Start gebracht und auch mit einer hohen, ähm, Konstanz, ja, die, die Folgen auch gemacht und viele Sonderfolgen und so. Also von daher, ähm, war das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Ich habe sehr genossen, so intensiv über Comics reden zu können, weil das in meinen anderen Podcasts ja über die Jahre auch mal über Comics gesprochen, aber nicht so in dieser, dieser Intensität. Aber wie gesagt, ähm, ich muss da jetzt ein bisschen, ein bisschen an, an mich denken und ein bisschen Freiraum schicken und deswegen, äh, hinterlasse ich die, 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 die in euren, in euren Händen und ihr werdet da sicherlich weiterhin großartig machen. Du hast andere Projekte erwähnt, wenn man mit dir irgendwie in Kontakt bleiben möchte, wenn man von deiner Stimme trotzdem nicht genug bekommen kann, wird es da Möglichkeiten geben, dich noch anderswo zu hören? Hören kann mich trotzdem weiterhin bei Eerie International, wenn man englischsprachige Podcasts hören möchte und sich für, für Horror, hauptsächlich Horrorfilme interessiert, dann Eerie International, kommt sogar jede Woche raus und meistens bin ich auch dabei. Das ist jetzt ein bisschen doof, das werden sich jetzt manchmal wahrscheinlich denken, es gibt dann einen monatlichen Podcast auf und macht aber einen wöchentlichen weiter. Äh, aber, ja, äh, es ist trotzdem, ich werde jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber der, der Aufwand unterscheidet sich trotzdem. Ähm, ja, und ansonsten, mein Gott, meinen, meinen Namen kennt ihr, den findet man auf Social Media, auch wenn ich da nicht sonderlich aktiv bin, aber finden kann man mich. Können wir dich in Erlang antreffen dieses Jahr? Ja, also, ich meine, hallo, ich gebe ja Comics nicht auf, hallo. Also, ich bin gebürtiger Erlanger, ich war auf jedem Comics-Salon seit der zweiten oder dritten Ausgabe, seit Mitte der 80er und, äh, ich habe letztes Jahr schon den Urlaub beantragt, äh, für den, für den Freitag, äh, den ich frei brauche für den Comics-Salon. Also, ich werde selbstverständlich wieder alle vier Tage auf dem Comics-Salon sein, ja. Ja, immerhin, da könnt ihr ihn also treffen, den Andi unter Umständen, ich habe mir das ja sogar, ihn nochmal auf die Bühne zu heben für ein Comic-Crossover-Treffen, irgendwas, müssen wir mal schauen, nix genau, das weiß man nicht. Ja, ich meine, also, es war mir eine Ehre, lieber Andi. Es war mir eine Ehre. Bis zum, jetzt, äh, was meinst du? Bist du jetzt genauso geschockt wie unsere Zuhörenden? Ja, als ich das gelesen habe, war ich natürlich geschockt, wer soll es jetzt über die neuesten Scene-Infos informieren? Du hast da ganz viele, ja, neue Aspekte in den Podcast reingebracht, die vorher noch keiner, äh, beackert hat. Auch das Thema Manga ist etwas, was dir immer im Herz gelegt hat und das ist auf jeden Fall was, was fehlen wird. Ganz genau. Vielen Dank, ja, also ich, ja, ich, ich finde auch immer, wir haben eine sehr gute Mischung, ähm, dass das eben jeder so eigene, ähm, Schwerpunkte auch hat und ich freue mich natürlich, wenn das auch angekommen und aufgefallen ist, dass ich da irgendwie so ein paar Punkte, ähm, einfach aufgrund meiner eigenen Interessen so mit, mit reinbringen konnte. Und, ja, das wird irgendwer dann schon von euch sicherlich auch ein bisschen mit aufnehmen und weiterführen. Oder ich weiß ja nicht, was ihr macht, vielleicht, äh, holt ihr euch jetzt auch, äh, wie schon vor dreieinhalb Jahren gefordert, äh, eine nichtmännliche Person noch mit in den Podcast, die dann wieder ganz andere Aspekte mit reinbringt. Wer weiß es? Keine Ahnung. Ideen gibt es tatsächlich viele, darüber werden wir intern erstmal nach der Aufnahme sprechen, weil wir noch nicht die Gelegenheiten hatten, das zu machen, weil, liebes Publikum, machen wir uns nichts vor. Also ist schon so, äh, wir haben uns alle gern, wir schreiben teilweise auch täglich in unserer internen Chatgruppe, aber so ein Gespräch wie dieses hier, das findet eigentlich nur statt, äh, zur eigentlichen Podcastaufzeichnung oder alle zwei Jahre mal in Erlangen oder so. Aber, dass wir uns wirklich so zusammentreffen und auch mal über Dinge sprechen, die ein bisschen privaterer Natur sind, das ist eher die Ausnahme und, äh, gerade so auch Organisatorisches und, äh, Administratives, das werden wir uns wohl gleich im Anschluss machen. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt selbst noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Ich habe schon eine Besprechung für die nächste Ausgabe angekündigt, aber wann die stattfindet, das weiß ich auch noch nicht. Patrick, so jemanden wie ein Andi, den lässt man ja nicht gern gehen, hast du vielleicht einfach liebevoll abschiebende, abschiebende schon, verabschiedende Worte an den Andi? Ja, ich habe es auch Andi persönlich gesagt, beziehungsweise ja in dem Sinne per Telegram, aber er hat wirklich mein Mitgefühl, was der, das letzte Jahr durchlitten hat. Und da hat er die ganze Zeit mein Mitgefühl und als ich dann die Nachricht gelesen habe, es hat mich auch erstmal wie so ein Schlag in die Magen-Gegend getroffen. Ich hoffe wirklich, dass er nicht ganz weg vom Fenster ist und er mag ja weiterhin Comics, er ist wahrscheinlich weiterhin auf diversen Veranstaltungen zu treffen oder es immer wieder mal als Gast zu hören. Ich bin gerade auch nach wie vor dabei, das zu verarbeiten, gerade weil er irgendwo so was Bodenständiges mit reingebracht hat. Er hat entweder Manga oder Queerness oder so ein Stück Slice of Life reingebracht, also wirklich sowas, was ich mit meinen übertriebenen Mainstream so gut wie gar nicht bedient habe. Deswegen war es immer wieder ein schöner Kontrast und ich habe auch mit Andi immer wieder regelmäßig geschrieben. Es wird erhalten bleiben, aber trotzdem wird irgendwas fehlen. Und ja, es ist wirklich gerade ein bisschen traurig. Lieber Andi, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt, also niemand ist aus der Welt, so ist es nicht, aber während ich leider hier bei den Comic-Cookies zumindest scheint vorerst nicht wiederhören. Wir freuen uns drauf, dich persönlich nochmal irgendwo zu sehen und wir sind auch ein bisschen erleichtert, glaube ich, darüber, dass du den Comic nicht links liegen lässt. Beziehungsweise dem absagst, das ist ja schon mal, dann tut es ein bisschen weniger weh, wenn das so ist. Wer gedacht hat, bloß deswegen mich auf dem Comic-Salon nicht mehr antreffen zu müssen, der hat sich schwer geschnitten. Das ist immer noch meine Heimatveranstaltung, da habe ich immer nur das Hausrecht. Liebes Publikum, noch ist der Andi in den Chatgruppen der Comic-Cookies auf Telegram und Signal, auch macht er noch den Instagram-Account. Da seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen, generell Feedback zu hinterlassen, auch in den Chatgruppen. Vielleicht noch ein paar liebe Worte an den Andi auch dazulassen, wenn ihr das möchtet. Wenn uns und den Andi, das sind ja nicht mehr, ist nicht mehr dasselbe, bestimmt freuen. Ich danke auch erstmal vielmals hier in die Runde. Lieber Andi, lieber Breedstorm, lieber Patrick, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit hier bei der Ausgabe 139 der Comic-Cookies. Arrivederci. Tschüss. Adios. Qua herini. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020